So Leute, wer hat noch Bock auf Bigfoot? Was anderes habe ich gerade nicht im Angebot. Komm, machen wir, oder? Let's go. Ich spiele gegen das Viech. Lobbyname heißt ...decke nichts. Neueste Schlagzeilen berichten von einem plötzlichen Verschwinden von drei bekannten Influencern im Winterpark. Videoblocker Daniel, seine Freundin Alexa, welcher ein Model ist und ihr Freund Ethan, der Fotograf, sind zusammen im Park campen gegangen. Die drei gelten seit einem geplanten Versuchtermin nur zwei Tage nach der Anreise als vermisst. Rettungsteams haben endlos nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Fans des berühmten Paares haben Millionen von Online-Übertragungen arrangiert und um Hilfe gebeten. Aber sei vorsichtig im Winterpark, man fährt sich schnell im Schnee. Ich hatte gedacht, ich bin schon wieder in GTA. Musik ein bisschen lauter. Also, ich glaube, es hat sich einiges getan. Ich habe es ja vor einem Jahr schon mal gespielt. Oh Gott, wie viele? Könnt ihr euch das bitte merken? N, die Nachtsichtkamera. Okay, das merkt man. M für Karte. Warum nicht K für fucking... Map. Stimmt. H für heilen. Heal. Tap für Tablet. F für fuck off. G für activate explosions. Drei nach... Okay, drei, zwei. Nach... Was? Es geht schon los? Warte doch mal ganz kurz. Itemrad mit Q. Drei mit Nachkampfwaffe. Zwei Sekunde eins primär. Explose vier. Kamera C. Jesus, T. T-Inventar. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. V für Voice. Huch. Wer war das? Geht schon los. Okay. Jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Wie mache ich das hier wieder zu? Mit E. Oh. Es... Es fängt definitiv anders an, als... Das erste Mal, als ich vor einem Jahr gespielt habe. Höh. Das ist vielleicht keine gute Idee. Dann locke ich ja den Bigfoot an, oder? Kann ich hier rein? Oh, ich kann da rein. Alright. Signalfackel. Alright. Signalpistolenfackel. Signalpatronen. Kamera. Wieso? Huch, nein. Das ist wieder hoch. Ich dachte, da wäre was drin. Okay. Was? Fleisch. Achso, um ihn anzulocken. Eine Falle. Ups. Zack. Nee. 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 Mann. Nee. Nee. Ah. Nein. Was? Okay. Fleisch. Fleisch ist der beste Köder, um Raubtiere anzulocken. Fleisch kann... Was raschelt da? Warte, ich mach erstmal die Tür zu. Ich glaube, hier bin ich safe. Oh. Eine Falle. Eine 80-Kamera. Alter, ich hab schon zu viel Zeugs, ey. Okay, die drei Vögel sind vermisst. Ihr Idioten. Was seid ihr auch alleine in den Wald gegangen? Lasst es mal den Profis. So, ich gucke mal, ob Bigfoot da ist. Nein. Okay. Was ist das? Halt shut up da hinten. Nee, ich mach wieder zu. Achso, ich hab keine Kamera aufgestellt, ne? Nein, ich hab keine Kameras aufgestellt. Da sind die Kameras. Alter, wie viel kann ich tragen? Oh. Okay. Eine Drohne hab ich. Fucking hell. Erste Hilfe, Seth. Jetzt fühl ich mich besser. Also ich bin... Wie viel kann ich tragen? Ich bin total... Was hört... Was raschelt denn hier? Hab ich das Ding jetzt auf oder zu? Okay. Eins. Zwei. Drei. Was war vier? Nichts. Okay. Alright, so geht's auch. Für die, die sich das nicht merken können. Alright. Tablet und so, okay. Das ist die... Okay. Raus hier. Was? Hä? Ich dachte, ich hätte schon alles gelootet. Nein. Ohne Sch... Ich hab doch gerade den Kühlschrank aufgemacht. Das kann doch nicht sein. Respawn das hier drin. Okay. Hallöchen, Popöchen. Ich weiß nicht, ob ich im Dunkeln raus soll. Ist vielleicht keine so gute Idee, oder? M für Map, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich suchen soll. Was ist das? Ein GPS-Sensor? Noch ne Falle? Wieso stelle ich die Falle nicht einfach hier auf und warte im Zelt auf diesen fucking Bigfoot? Und dann erschieße ich ihn. Noch ne Falle. Alright. Boah, ich hab immer das Gefühl, jemand läuft hinter mir. Und ich trau mich nicht vom Lager weg. Alright. Ähm. Da ist ein offizieller Weg. Gehen wir mal den offiz... Nein. Okay. Hier ist ein offizieller Weg. Ich weiß nicht, ob wir im Dunkeln laufen sollten. Ist das nicht ein bisschen doof? Vielleicht sollten wir warten, bis es... Ich hab noch keine Ahnung, wo ich suchen soll. Meint ihr, das Spiel gibt mir noch ein bisschen Welpenschutz? Okay, hier ist ne Hauptstraße. Da ist ne Brücke. Lass ich mir kurz überlegen. Ich geh mal in diese Sackgasse... Ich geh mal in diese Sackgasse rein, weil ich glaube, da... Der Weg führt ja zu irgendwas, oder? Was ist das? Ist da jemand am Holz hacken? Ach du Scheiße, ey. Es wird doch Tageslicht in diesem Spiel, oder? Moment. Ah, the old hunting tower. High mountain lodge. Nachtsicht. Gib ihm. End für Nachtsicht. Oh ja. Dankeschön. Äh. Dankeschön, Leute. Ihr merkt, ich bin Steuerungslegastheniker. Ist natürlich auch scheiße, wenn ein Bigfoot nicht kommt, sondern ein Wolf, oder? Ach, der Weg führt irgendwo hin. Oder wird es nie Tageslicht in diesem Spiel? Es ist deutlich besser als vor einem Jahr, das muss ich euch sagen. Oder? Und die Grafik hat auch nochmal einen richtigen Jump gemacht. Deswegen war ich überrascht. Ich hab das gesehen, das Spiel. Bei ihm... Ah, ich wusste doch, da ist irgendwas. Und da dachte ich, echt? Sieht gut aus, das Spiel, aber... Alter, muss das so mit diesen Trommeln kommen? Ich hab mich voll erschrocken. Nein. Was ist das? Oh! Oh! Ah! Ich geh die fucking Treppe hoch. Ich geh die Treppe hoch. Wieso ist denn der schon da? Wie macht die Treppe... Nein, die Tür mach ich zu! Fuck me! Das ist... Scheiße, leb ich noch? Wo muss ich denn hin? Ich mach die Tür zu, da kommt er nicht durch, oder? Ich leb noch, oder? Alter Falter, ich hab überhaupt keinen Welpenschutz bekommen. Nothing! Es ging gleich ab hier. Wieso kann ein Yeti eigentlich die Treppe hoch? Wo ist der Dude? Das wär jetzt scheiße, wenn er... Ist er weg? Holy moly! Das kann doch nicht sein. Gleich bei der ersten fucking Hütte. Ich glaub, der ist weg, oder? Fasern, Kaya. Fuck me! Ist das ein krasses Spiel. Ist er einfach gegangen? Ohne mich zu killen? Ich hab das Ding schon, ne? You can't take the item. Hab ich das Ding schon? Okay. Ich hab das Ding schon, ne? R... R... R700? R700? Okay. Ey, wieso hat er mich nicht gekillt? Leuchtpistole? Meint er ne Leuchtpistole? Ich mein... Munition ist doch... Meint er das da? Du fucking... Äh... Hat er mich jetzt angerufen? Hat der Yeti mich angerufen? Hallo. Hier ist der Yeti. Du kleiner Pisser hast keine Chance. Ich hab grad nur ein bisschen mit dir gespielt. Aber gleich snacke ich dich weg. Aber vorher taser ich dich. Ich hab gehört, du stehst drauf. Und dann kitzel ich deine Füße. Mach ruhig die Tür zu, du Schmacko. Okay. Ich weiß nicht, warum der Yeti mich anruft. So was Bescheid ist. Ich muss ja gar nicht, dass Yetis ein Telefon bedienen können. Ha! Erste Hilfe-Set. So, hab ich alles gelootet hier? Oder was hier los? Es wird... Tag. Was haben wir noch? Hab ich irgendwas übersehen? Irgendwas an den Wänden? Hier. Gleich eine erste Nacht auf die Fresse bekommen, oder? Okay. Ähm... Wie war nochmal Kamera? Mit... Muss dieses Geräusch für Evidence-Found sein? Muss dieses Geräusch für Evidence-Found sein, ja? Immer wenn ich laufe, hab ich das Gefühl, jemand läuft neben mir. Wie geh ich in die Hocke? Ich glaub gar nicht. Oh! Hier war ich noch gar nicht. Stimmt, ich bin nur hochgelaufen, ne? Nein. 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 Wenn jetzt das Telefon klingelt. Oh, ich hab das Gefühl, ich bin in Phasmophobia. Falsches Spiel. Yes. Thank you very much. Aber ich find das gut, dass das Spiel dich nicht sofort tötet, ja? Ich hab wirklich gedacht, ich wär tot. Aber offensichtlich hab ich... Wie viel? Tausend Lebenspunkte. Jetzt hab ich 877 davon. Welche hab ich jetzt aufgemacht? Halt! Da war da was drin. Es braucht ein bisschen, bis sich das materialisiert, hm? Ich hoffe, ich hab nichts übersehen. Ne, empty. Empty. I'm empty. Alright. Pasche bin ich durchgegangen. Irgendwas hier oben. Greift der nur nachts an? Weiß das einer? Hier war ich noch nicht, ne? Nein. Du drehst dich so hektisch um. Mir ist schon schlechter, als auf einer Drehscheibe auf dem Kinderspielplatz. Meinte, ich soll hier ein bisschen runternehmen von dem? Äh. Ah, Steuerung. Äh. 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 Ah, hier. So. So. So, besser? Moment, ich hab da noch irgendwo was anderes gesehen. Ich drehe mich hektisch um, weil ich hektisch das Gefühl hab, jemand ist hinter mir. Moment. Da war doch noch was anderes, oder? Da war dann nicht nur die Hütte. Doch. Von da bin ich gekommen. Oh. Fuck, hier ist noch ein Evidence. Sekunde. Was denn? Der Baum? Ach so, ja. Direkt vor meiner Fresse. Krabzspuren. C für Kamera. Nee. K für Kamera. Nee. Fuck no's für Kamera. Ich weiß, ich hab's vergessen. Alright. Du hast im Inventar eine richtige Pistole. Ist wahrscheinlich besser für den Nahkampf. Äh. Moment. Scheiß, ich hab vergessen. Ah, ja. Du meinst die Signalpistole. Ach, nee. Ah, eine G17. Ja, dann nimm sie doch. Okay. Okay, dann langsam raffe ich die Steuerung. Ist das ein Hubschrauber? Okay, komm, wir gehen weiter. Ich hör irgendwie so ein Rauschen. Kann natürlich mein Tinnitus sein. Wie komm ich da runter? So, wo bin ich überhaupt? Ich glaube, nachts muss ich wieder zurück. Haben wir denn die Uhrzeit? Ist nacht. Und es ist Vollmond. Boah, ich weiß es nicht, Leute. Wir haben auch keine Uhrzeit oder so, ne? Okay. Hier ist nichts. Ich würde sagen, wir gehen rechts wieder zurück zum Trailer. Bevor es Nacht wird. Aber sollte ich nicht, sollte ich nicht mal eine Kamera oder so hier rein stopfen? Hätte ich vielleicht da oben machen sollen, oder? Vielleicht kommt er ja hier vorbei. Ähm, wo sind die? Hier. Nachts, nee. Ah, das hier sind die Kameras. Ja. Alright. In welche Richtung filmt er jetzt? In diese. Kann ja sein, dass er hier langläuft. Was meint ihr? Ich würde mal die Standkameras aufbauen und in der Nacht die Monitore checken. Und das Bewegungsmuster, das Yetis schauen, um dann die Fallen zu positionieren. Alright. Oh scheiße, es wird wieder dunkel, Mann. Oh fuck, da hinten ist ein Bär. Das bringt natürlich auch nicht viel, ne? Was ist das für ein Rauschen? Was ist das? Ein Totem? What the fuck? Ich gehe immer aus dem Weg, den Bär. Ich glaube, das kommt nicht gut. Okay, ich gehe rechts um den See herum. Und versuche vor Nightfall wieder... Vielleicht sollte ich an der Mountain Lodge auch eine Kamera anscheinend... Anscheinend kommt er da öfter mal vorbei, ne? Ich würde das Medipack nehmen. Ihr habt vollkommen recht. Aber ich bin immer noch bei 877. Das Medipack hat gar nichts gebracht. Fuck, jetzt habe ich wieder zurück. Fuck, es ist... Spiel ist so hart. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kann ich auch wieder hoch? Kann ich wieder hochrutschen? Cheesy-creasy, Leute. Das ist doch... Nein, ich... Wie komme ich? Nein. Ich habe meine komplette Leuchtmunition verballert. Alter... Der rote Balken ist Bigfoot. Ach so. Wah! Kann ich denn nicht wieder hoch? Doch, ich kann wieder hoch. Unlogisch, aber... You fucking guy, Bigfoot. So, pass auf. Ich verschanze mich hier. Und nimm eine Falle. Alright? Nein. Wo ist die Falle? Da. So, du kleiner Scheißer. Kann ich dir auch... Hier. So, jetzt verschanze ich mich hier. Bis es wieder Tag wird. So, du kleiner Huso. Scheiß, ich habe für die keine Munition mehr. Warte. Aber nicht selbst in die Falle. Meint ihr, man kann es hier auslösen? Weil ich bin, glaube ich, gerade in einer... Er kommt nicht. Wenn er jetzt von rechts kommt, raste ich aus. Du kleiner Scheißer. Ich kann auch von der anderen Seite kommen. Wieso diesen Schneemann da? Den habe ich gebastelt. Und die Karotte, die stecke ich dir gleich in den Hintern. Also, ich würde jetzt hier noch ganz gerne, sobald es wieder einigermaßen... Tag... Meint ihr, ich kann da reinlaufen? Ich weiß nicht, wo ich die Kamera... Also, bestimmt nicht hier auf der Treppe. Ich würde die Kamera nochmal... Er kommt nicht. Wieso klingelt denn dieses fucking Telefon? Ich könnte hier wieder runterspringen und dann wieder mit dem Seil runter, oder? Ich meine, der hat eine ganze Weile gebraucht, um wieder zu kommen. Er kann es sein, dass es ungefähr... 23 Stunden... ...des Tages... ...dunkel ist und eine Stunde hell. Das ist ja nicht gerade ge... Wo ist der Pisse? War das das? Mal, halten ihn die Fallen fest? Oder läuft er dann einfach so... ...linken weiter... ...und frisst mich dann? Ich glaube, er ist wirklich auf der anderen Seite. Der ist noch nicht rübergerannt. Der ist noch nicht rübergerannt. The fuck? Wer ist das? Ist er das? Und er haut irgendwie gegen einen Baum, oder was? Achso, es ist nicht mehr Nacht. Okay. Dann kann ich, glaube ich, die Fallen wieder aufsammeln. Ich glaube... Es ist doch Nacht. Wieso geht man nachts nicht... Achso, es muss sich aufladen, oder was? Hier geht es nicht mehr. Why the fuck isn't this thing working? Es ist definitiv noch Nacht. Komm, dann baue ich die Kamera auf. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Es sah gerade für eine Sekunde so aus, als ob er das Ding auch nehmen kann. Scheiße! Alright. Okay. Ey, ich hab echt gedacht, der hängt sich jetzt auch da dran. Der braucht jetzt eine Ewigkeit, um hierher zu kommen, ne? Ey, ich geh nicht mehr von diesen Bändern hier weg. Aber ich hab ihn noch mal 100 Lebenspunkte, hab ich ihn weg. Why the fuck did he get here? Das gibt's doch gar nicht! Alter, ist er geflogen, oder was? Wieso hat er wieder 700... Hat er wieder Lebenspunkte dazugeholt? Ich trau' mich gar nichts mehr in diesem Spiel. Wie lang geht denn diese Nacht noch? Ich mach nichts mehr. Ich mach die ganze Zeit rauf und runter. Ist mir scheißegal. You fucking guy. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich komm hier nicht weiter in diesem Spiel. Man wird's ja ähnlich wie der Tag. Auf mich ein Schiss. Er hat was gefuttert. Boah, ist der schnell. Ich könnte hier ne Falle. Hab ich überhaupt noch ne Falle? Scheiße, ich hab keine Falle mehr. Jetzt wird... Ach, der läuft da unten durch. Okay, der läuft da unten durch. Warte. Wisst ihr, was ich mach? Ich knall den von hier oben ab. Und wenn er dann kommt, spring ich. Wie kommt der denn von da unten hier? You fucking guy. Er kommt jetzt von da. Okay. Okay. Und dann spring ich. Ja, was soll ich sonst machen, Leute? Ich hab keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Wann wird's denn endlich Tag? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, er kommt von... Ja, ich hab ihn zuletzt dahin laufen sehen. Sieben Damage, einen Schuss. Ich hab mir jetzt nicht sagen sollen. Jetzt bin ich ein bisschen demotiviert. Er kommt mit Sicherheit von da. Ich hab ihn in die Richtung laufen sehen. Wann wird's denn endlich Tag? Das gibt's doch gar nicht. Die längste Nacht. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen hier. Ich hab keine Fallen mehr. Ich hab überhaupt nichts mehr. Ich hab ein Messer. Ich hab diese blöde... Das ist ein GPS-Sensor. Was soll ich damit... Ach so, kann ich ihm das dranschießen? An den Kopf oder was? Aha! Soll ich ihm das... Kann ich ihm das direkt in den Hintern schießen? Oder kann ich ihn impfen? Jetzt ist Tag, oder? Alter, das war doch die längste Nacht meines Lebens. Das ist Vollmond. Das ist die Sonne. So. Die anderen Fallen hat er zerstört. Shit. Jetzt klingelt das Telefon. Der ruft an. Oh, es respawnt hier. Könnt ihr mir den GPS-Sensor erklären? Muss ich ihm den... Muss ich ihm den dranbappen? Aber ich find's geil, dass es hier respawnt anscheinend. Das ist gut zu wissen. Oder ich hab den GPS-Sensor... Ja, die Waffe hab ich schon. Oh, ich hab keine Ahnung. Was weiß ich, was der Code ist. Steht der hier irgendwo an der Wand? Moment, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Ne. Da gibt es eine Uhrzeit. Wo? Wo? Muss die Tür zumachen. Was bringt das, wenn ich die Tür zumach? Und dann... Ach, dann respawnt das. Moment, dann muss ich auch hier oben die Tür zumachen. Ne? Das Spiel hat sich aber echt gemacht, oder? Ich weiß noch, dass ich vor einem Jahr das mit Schlo und die Grafik war Gülle. Das war alles Mist, aber... Das hat sich echt... Hier respawnt nichts. Ne? Wie komm ich da rein? Geil, dann machst du noch länger. Ja, so ein halbes Stündchen, oder? Wenn ihr noch Bock habt. Ich muss mal morgen auf die Games kommen, aber... Und halt mit Sleepy Eyes. Ich muss sagen, es ist viel besser geworden. Ne, es scheint sich doch nicht zu respawnen, oder? Ich habe die Türen nicht zugemacht. Dann mache ich sie jetzt zu. Meint der wirklich das Zeug respawn, wenn man die Türen zumachen? Noch ein halbes Stündchen, oder? Das ist noch mal drin. Komm, wir gehen jetzt ganz schnell wieder zum Camp zurück. Ich habe keine Ahnung, ob wir da sicher sind. Äh, falsche Richtung, Herr Jana. Vielleicht hat sich da was gerespawnt. Wenn du die Tür zumachst, kommt er nicht rein. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich absolut für ein Gerücht. Also, er hatte 770. Jetzt hat er wieder 782. Der Penner, der... Okay, lass uns zum Camp zurückgehen, ne? Bist du morgen auf der Gamescom? Äh, nicht tagsüber. Ich komme nämlich erst später reingeflogen. Eventuell komme ich auf so eine Party oder so. Okay, jetzt sind wir wieder im Camp. Ich weiß nicht, ob das sicherer ist. Ich bin aber am Donnerstag da. So. Ne. Hier hat sich gar nichts getan. Natürlich scheiße, ne? Wenn ich hier sehe, nichts respawnt. Ne. Warum sollte es auch? Meint ihr, wenn ich hier zumache, kommt er nicht rein? Ne. Ne, Leute. Ich glaube... Ach so, das ist unten. Aha. Ich habe vergessen, eine Kamera oben an der Hütte... Oh, Kaya. Ich habe vergessen, die Kamera... Hier ist auch nichts drin für mich. Ach, Mann. Halt. Was ist... Ne. Ich mache mal hier zu, aber ich glaube nicht. Ne. So, wir müssen neue Sachen finden. Also, wir waren in der Mountain Lodge. Dann gehe ich... Ich gehe mal zu Hauptstraßen. Da lang. Da lang, ne? Ja. Ich hoffe, ich breche mir hier kein Genick. Ich habe nur eins. Hier gibt es ja noch andere Viecher. Wölfe und Bären und so ein Shit. Okay, Hauptstraße. Dieses beschissene Rascheln macht mich wahnsinnig. Also, die Uhrzeit sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wo ihr die Uhrzeit seht. Ich sehe sie nicht. Ich gehe jetzt mal geradeaus. Weil da, wo die Straßen enden, habe ich das Gefühl, ist immer irgendwas. Sonst würden die ja nicht enden, ne? Einfach so. Oh, ne. Da muss ich hoch. Müssen wir gucken, ob ich da hochkomme. Ja. Was? Ich habe irgendwas entdeckt? Ich habe die Taschenlampe noch an. Irgendwas hat gerade bumm, bumm, bumm gemacht. So, als ob ich irgendwas entdeckt hätte. Ah, da. Direkt vor meiner Fresse. All right. Winter Park. Hier sieht es aus, als ob man looten kann. Wow. Ein Auto. Ist es schon Tag? Nacht, meine ich? Oder? I can't tell, man. Hopeless. Ich gehe mal da rein. Man kann nicht ins Auto und wegfahren. Okay. Schade. Ich glaube, hier war jemand anders auch nicht sicher. Vorhänge zumachen. Ich mache die... What the fuck? Schon wieder jemand am Holz hacken. Was ist das? Eine Rohrzange. Kann ich die mal auf den Kopf werfen, oder was? Die Rohrzange. Messer. Ah, tatsächlich. All right. Ich mache mir die Vorhänge zu. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber irgendwie lässt mich das Spiel die Vorhänge zumachen. Oh fuck, es wird dunkel. Ich weiß nicht, ob ich hier safe bin, Leute. Und ich kann auch nicht durchs Fenster springen. Ich kann gar nichts machen. Das andere Haus hatte Treppen. Fuck, 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 fuck. Ich weiß auch nicht, ob eine Rohrzange mehr bringt. Also, er muss ja durch diese Tür kommen, wenn, ne? Scheiße. Oh Gott, das wird ja eine lange Nacht. Ne, er kann auch durch diese Tür kommen, aber ich habe noch eine Falle. Mhm. Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm. Ich sehe... Ich höre jemanden. Oh fuck, ich höre jemanden. Ich glaube, er ist wieder da. Ich glaube, der kann mich schnuppern, der Sack. Kannst du das Licht ausmachen? Wie mache ich denn das große Licht aus? Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hoffe, er kommt rechts rein. Dann haue ich links ab. Ich kann mich noch nicht mal... Ich kann mich noch nicht mal ducken, oder? Sag mal, wie... Riecht mich der Sack, oder was? Scheiße. Er hat mich gesehen. Er ist in der Falle. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Leute, was mache ich jetzt? Der snackt mich. Ich habe keine Ahnung. Wie mache ich denn das fucking Licht hier aus? Wie geht denn das... Jesus Christ. Oh, eine Schrotflinte. Nein, 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 nein. Ich höre ihn kommen. Ich höre ihn kommen. Ich will noch was looten. Habt ihr eine Ahnung, wie man den GPS-Sensor anmacht? Und dann ist das Letzte, was ich mache. Looten. Das geht immer. Mach den Sensor an ihn dran. Also, das kann ich machen, ja? Einfach eine linke Maustaste und los. Okay. Ich werde auf jeden Fall mit vollen Taschen sterben. Alter, ich habe es doch gerade zugemacht, oder? Große Spinnen, wenn man ihn braucht. In die Hocke und nichts tun, Kaya. Ich denke, er hört die Schränke und so. Nimm die Schrotflinte. Mach viel mehr Schaden im Nahkampf. Alright. Soll ich nicht den Sensor an ihn dran backen? Setz eine Kamera aus. Ich verlasse den Raum erstmal nicht. Ich habe Angst. Rennen wild im Kreis herum. Das erschreckt ihn. Spielst du Solo? Ja. Niemand von den 4.264 Zuschauern wollte dieses Spiel spielen. Alle haben gesagt, fuck you. Mach den Scheiß allein. Ich glaube nicht, dass er das hört. Sonst hätte er mich... Ich bin wirklich... Ich habe ihn wirklich abgeh... Abgehängt? Das glaube ich jetzt nicht. Das funktioniert. Mit Licht ausmachen und Vorhänge zu. Gut zu wissen. Du kannst die Uhrzeit sehen. Wo denn? Sag mir wo. Ich sehe nur Bild 9353363. Wenn der Eventar öffnet, siehst du die Zeit. Wo? Wo? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe gerade Bigfoot am Arsch. Und ihr gebt mir hier Sachen, die nicht stimmen. Waffenrad ist Uhrzeit. Oh, danke Leute. Okay, es stimmt doch. Was machen wir jetzt? Also, nochmal zur Erklärung. Den GPS-Sensor kann ich ihm in den Hintern stecken und dann weiß ich, wo der ist? Ja? Das heißt, ich muss quasi in den Nahkampfmodus und ihm dann den Sensor direkt proktologisch spielen. Was denn mit der rechten Maustaste ausholen? Wieso kommt der nicht, der Sack? Ich komme schon, kleiner Scheißer. Die Nacht ist jung. Wir haben erst zwei Uhr morgens. Und um drei Uhr komme ich dich holen. атuch. Nee, ich muss sagen. Das war's. Ich glaub, der hört meine Stimme, Leute. Glaubt ihr das nicht? Ich... Ich hab keine Falle. Ich hab das Gefühl. Der hört meine Stimme. Der hört meine Stimme. Ich weiß nicht, wie ich den Sensor anbringen soll. Aber das bringt nicht viel. Aber das hat nicht viel gebracht. Was hab ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt mit der Kamera hier? Das ist ein Witz. Wieso hab ich denn die Kamera an? Wieso hatte ich denn jetzt die Kamera an? Kann mir das einer sagen? Wieso hatte ich denn jetzt die Kamera in der Hand? Dieser GPS-Sensor war übrigens für den Arsch. Kann das sein? Hä? Dieser GPS-Sensor. Ich hab rechte, linke Maustaste gedrückt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich hab ihn angebracht. Oh, du hast recht. Ihr habt recht. Ich weiß jetzt, wo der Pisser ist. Okay, es wird gleich hell. Und wie vor wird's hell? Ich schnapp ihn mir. Ich schnapp mir den Pisser. Häuser. Ich hab neuen Mut getankt. Ich glaub, er hat auch... Er haut ab. Er haut ab. Dieser Drecksack. Er geht zu meinem Camp rüber. Okay, dann loote ich hier erstmal alles. Wie lang bleibt denn der Sensor, bis er sich den Hintern wischt? Was ist denn hier los? Achso. Da hatte der Kerl ja ein Brett von Kopp. Er ist wirklich abgehauen. Ja, dann komm doch her. Okay, ich loote mal in der Zwischenzeit weiter. Vielleicht find ich Fallen und so ein Shit. Ne? Wie komm ich denn hier rein? Ah ja. Achso, hier war ich schon drin, ne? Okay. Hier hab ich alles weggehauen. Oh, der hat... Der hat einfach... Die Tür zu bringen, macht richtig... Bringt richtig viel, Leute. Ich glaub, er kommt. Komm, ich hau ihm ne... Ich hau ihm ne Kugel einfach in den Hintern. For good measure. Nein, er rennt weg, Leute. Komm, ich muss hier schnell looten. Aber Winter Park ist bestimmt nicht schlecht. So, ich hab dieses Haus hab ich durch. Oh, hier kann man heiraten. Hier so ne Pagoda. Camp bitte oben rechts. Oh, ihr habt recht. Moment. So, ne? Also, Tür zu machen bringt überhaupt nix. Ihr habt ja gesehen, was mit der Tür gerade passiert ist. Was ist das? Mach mal hier alles aus. Falls ich hier nachts nochmal rein muss. Ähm... Aber das Gute ist, ich lebe immer noch. Ich mach mal alles aus, just in case. Alright. Signalpatrone. Gut, das hält ihn für ungefähr... ...ne halbe Sekunde auf. Ich mach hier alles aus. Bereite alles vor. Ich könnte meinen Bleistift einfach so... ...casinomäßig... Ich bereite mal alles vor. Wenn ich hier rein rennen muss. Oha! Nein, nichts. So, jetzt bin ich durcheinander. Was? Welches Haus? Weiter. Hier geht's weiter. Hier ist ein Auto. Noch nicht mal im Kofferraum. Gar nichts. Ist das ein Helikopter? Ist das ein Generator? Was ist da unter dem Auto? Okay, ich... Ich... Hier lang. Der Sensor ist weg. Oh fuck, der hat nur ein paar Minuten gehalten. Also super, ne? Gerade als hell... ...als es hell wurde. Kannst dich natürlich besser vorbereiten, wenn du einen Sensor in seinen Hintern geschoben hast. Ich hab ihn humiliated. Warte, lass mich erstmal alles ausmachen. Alles vorbereiten. Zack. Gut, den drück ich nicht nochmal. Da ist er doch. Ich hab ihn, Leute. Ich glaube, ich hab ihn erwischt. Scheiße, ich hab den Patronen ausgegeben für diesen Müll. So. Ähm... Nee. Hier waren wir schon. Hier... Hier waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Oh, 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 oh. Okay. Ey, kann ich das nicht fotografieren? Nee, das ist nicht. Das ist einfach... Nee, kann ich nicht. Kein Beweis. Nothing. All right. Ach, hier war er auch schon drin. Komm, nimm. Ah, you can't fucking take. Ich hab zu viele. Ah, das Licht ausschalten. Das Licht ausschalten. Das Licht ausschalten. Die Tür zu machen bringt nichts. Hä? Wieso geht das Licht nicht aus? Okay, dann dieser Schalter hier. Ah, ja. Das muss man unbedingt mit Schlo spielen, oder? Ich weiß, wir haben es vor einem Jahr gespielt und es war kacke, aber ich glaube... Ich glaube, der wird es mögen. Ja. Naja, okay. Das ist keine gute Idee. What? Der Tag fing hart. Ist da vielleicht irgendwie so ein Save-Code drin, oder so? Ich lese das jetzt nicht. 4 Uhr 30. Ist er schon am Wandern? Alter, hat er Frühschicht, oder was? Jetzt warte doch mal. Jetzt ruft er gleich wieder an. Nein. Ich bin so doof. Ich wollte... Ich wollte mit der Schrotflinte das Licht ausschalten. Mit der Schrotflinte wollte ich das Licht ausschalten. Vielleicht habe ich keine Munition mehr, wenn er kommt. Ja, wie in den USA. Da schalten sie das Licht auch immer mit der Schrotflinte aus. Da ist er! Pum, nochmal. Ach nee, das ist der Black Bear. Okay. Alter, hier gibt es aber viel zu looten. Ich mache das Licht aus. Nein! Du fucking Idiot. Ich bin so lootgeil, dass ich unbedingt das Megafon einpacken will. Weißt du? Hier ist kein Licht an. Ich gehe mal nach oben. Oh. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich mache das jetzt. Wie wäre es mit der Signalpistole, oder? Ich habe kein Mad-Kid. Ich habe kein Mad-Kid. Ich habe kein fucking Mad-Kid. Der dümmste Ort, um sich zu verstecken, oder? Ich brauche ein Mad-Kid. Ich glaube, ich bin gleich tot, Leute. Ein Mad-Kid. Fuck's sake. Fuck-Messer, super. Und das war es schon mit dem Mad-Kid. Ah. Ah. Wie viel heilt ein Mad-Kid? Nicht, dass es 50 heilt. Und ich habe es dann... Kann ich nicht hier warten? Scheiße, 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 scheiße. Ich traue mich nicht raus. Momentan lässt er mich in Ruhe. 50? Nee, das lohnt sich nicht. Alter, ich habe ihm nichts abgezogen. Aber auch... Aber auch nichts habe ich ihm abgezogen. Das ist doch fies, das Spiel, oder? Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Boah, das ist erst halb 10 abends. Wozu taugt die Drohne? Ja, um den zu sehen. Aber das bringt mir alles nicht. Alex, das tut mir leid, dass ich etwas gegangen bin, ohne dir etwas zu sagen. Ich bin Bigfoots Spuren gefolgt. Daniel Robbins. Schön. Schön. Ich habe das schon angeschaut, Leute. Aber das bringt mir gerade nichts. Und ich weiß auch nicht, ob es hier irgendeine Seilschaft gibt. Super, die Kamera gibt es. Es wäre super, wenn die Kamera sich automatisch melden würde. Ich traue mich nicht, Leute. Ich traue mich nicht ins Licht. Ich versuche, das Licht auszuschalten, aber nur wo. Wie mache ich denn das da aus? Wo ist denn hier ein Schalter? Ach, da. Okay. Okay. Oh. 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 Halt. Halt, 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 halt. Ich weiß nicht, warum das immer so ein bisschen braucht, bis der lädt, aber... Okay. Sollte er hier hochgerannt kommen... Er scheint nicht mehr hier zu sein. Berühmte letzte Worte. Er scheint nicht mehr hier zu sein. Weil ich höre ihn auch nicht mehr. Links am roten Balken ist ein Stück schwarz. Das sind wohl Lebenspunkte, die du ihm schon dauerhaft abgezogen hast. Ah, dankeschön. Wenn grau ist, kann Bigfoot das wohl wieder mit Nahrung aufladen. Aber er ist immer noch bei 733. Da kommt er. Kommt er. Da ist er. Er sieht mich nicht. Ah, krass. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Vielleicht sollte ich nicht am Fenster stehen. Er sieht mich. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Fuck, nee. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, das war's für mich. Ich glaube, das war's für mich. Was? Ich hab ihm was? Hab ich ihm 20 Lebenspunkte abgezogen, oder was? Jesus Christ. Das Spiel ist fucking tough. Hab ich Fallen? Ich hab keine Fallen. War ich hier schon? Ich hab es satt, dass du nur Blödsinn machst. Ich geh alleine auf den Spaziergang. Schön. Schön. Okay, hier war ich zumindest nicht. Was ist das? Licht. Hab ich Licht an? Oh fuck, ich hab Licht an. Alright. Okay, mit der Leuchtpistole kannst du ihn in eine Sekunde aufhalten. Das war's. Jetzt Klavier spielen. Das wär's doch, oder? Spielen wir das Lied vom Tod. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Wir warten einfach, bis es... Ramea hat schon wieder ein bisschen geheilt. Man kann ihn in der ersten Nacht töten. Was bringt die Drohne? Ich weiß nicht, mit der Drohne suchst du ihn. Aber ich meine, er ist jetzt sowieso unterwegs. Was soll ich denn mit der Drohne? Wir waren gerade auf der Straße, oder? Ich weiß hier nichts. Ich würde sagen, wir warten ein paar Minuten. Mit dem Signaldackel kann... Mit der Signalfackel kannst du ihn verscheuchen. Ja, er hat ja auch noch gebrannt. Probier mal Leuchtpistole und damit er der Pump kann. Ihr meint, er ist verwundbarer, wenn man ihn... Wenn er kurz brennt. Oh, Erkan und Stefan. Danke für den Raid. Das zweite Mal diese Woche. Und Dirk Neuenfels. Danke für den Raid. Ich konnte gerade nicht auf die Alerts gucken. Weil der... Weil ein haariger... Holz hackender Yeti... Gerade... Diese blöde Lichterkette, ey. Aber Wölfe habe ich hier noch nicht gesehen, ne? Oh, was habt ihr gezockt? Dirk Neuenfels Community und Erkan und Stefan Community. Was habt ihr gezockt? Ich glaube, der ist nicht mehr hier. Soll ich weiter looten? Komm, ich loote weiter. Trashtalk bei DNF. Bei wem? Ach fuck, hier war ich schon drin, ne? Super. Ne, hier ist alles empty. Ja, das an den vorgezogenen... Zugezogenen Vorhängen. Was für ein Sackgesicht. Oh, ich hätte nicht rausgehen sollen. Man dir, ich kann mich auf dem Plumpsklo verstecken. Wieso komme ich nicht in dieses Gebäude rein? Weil hier der Eingang ist. Oh Gott. Das ist total scheiße hier drin. Hier kann ich noch nicht mal raus. Kann ich durchs Fenster springen? Ja. Ja. Ich nehme die Treppe. Oh nein. Sackgasse. Scheiße. Ja, super. Die Tür ist auf. Wie spät haben wir es überhaupt? 7 Uhr. Okay, der Penner ist weg. Ich brauche unbedingt ein Mad-Kit. Äh, aber ich glaube, ich habe alles weggelootet hier. Also, ich würde hier eine Kamera aufstellen. Ja? I would say so. Keine Ahnung. Hier irgendwo. Na? Ja. 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 Neues Dorf finden am Tag. 654. Aber ich kriege den ein bisschen runtergebumst, ne? Was ist denn dieses blöde Geräusch? Ich gehe mal in die Richtung hier. Ich glaube, ich habe alles weggelootet. Kann das sein? Ja, da bin ich lang. Da sehe ich doch schon was. Da oben ist irgendwie so eine Konstruktion. Was ist das denn? Die Seilbahn. Höre ich die Seilbahn die ganze Zeit? All right. Okay, Seilbahn. Was mache ich hier? Kann man dieses Game ganz kurz anhalten, weil ich muss voll aufs Klo. Läuft es weiter? Ich muss sowas von pinkeln. Ich piss mir gleich in die Hose. Ja, nicht, dass das Spiel weiterläuft. Das wäre total asozial. Lass einfach laufen. Speicher doch. Wie denn? Oh, ja. Warte, ich muss ganz kurz aufs Klo. Ja, also Madison ist auf Kaya, zockt, uncut. Und es wird gleich wieder fucking dunkel. Und ich bin hier auf einer blöden Skipiste. Wie dumm ist das denn? Ist die Zeit weitergelaufen? Anscheinend, ne? Wo laufe ich eigentlich hin? Weiß das einer? Fuck. Nacht Nummer 5. Immerhin habe ich es 5 Nächte, also 4 Nächte bis jetzt. Ey, wenn jetzt hier, wenn jetzt hier der, wenn er jetzt hier langläuft, dann fress ich einen Besen, ohne Scheiß. Dann ist er immer da, wo ich bin. Natürlich taucht er bald auf. Was ist denn hier oben? Ist hier oben irgendwas? Oh. Immerhin. Warte mal, ich habe die Hoffnung, die leise Hoffnung, das, ah, hier gibt es diesen Kabel, wie sagt man, einen Kabelbinder gibt es hier. Ne, wo ist er? Oh shit. Holy moly. Wo ist er? Wo ist der Kabelbinderzug? Kabelzug. Hä? Der war doch eben hier. Der war doch eben hier, oder? Ich habe mich so gefreut, dass man hier runter... Nein, kann man nicht. Oh fuck. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Wahrscheinlich habe ich hier diese blöden... Das ist die Seilbahn. Oh man. Kann ich die Seilbahn runterrutschen, wenn er kommt? Ne, ne? Also hier scheint er nicht her zu kommen. Immerhin. Ich mache mal aus. Just in case, ne? Ne, das mache ich nicht an. Wahrscheinlich sieht er sowieso meine Taschenlampe in den Sack. Meint ihr, ich kann mich auf dem Klo verstecken? Vielleicht stinkt denn das zu sehr. Okay, ich bin jetzt in dieser... Wie komme ich denn in diese fucking Hütte rein? Empty. Ich weiß nicht. Ich komme, ich verstecke mich auf dem Klo. Ich muss ja auch aufs Klo, oder was? Fucking geil. Auf dem Klo gestorben. Auf dem Klo gestorben. Auf dem Klo? Das ist jetzt sein Ernst. Auf dem fucking Klo gestorben. Jetzt komme ich ja nicht mehr. Ich kann nicht aufstehen. Ich sterbe auf dem Klo. Nein, das ist doch ein Scheißende. Ich kann ja nicht aufstehen. You fucking wanker, you. Das ist ein sehr unkürtiges Ende. Darf ich das mal ganz kurz betonen? Wo ist denn der Death überhaupt? Er drückt meinen Kopf in die Scheiße rein. Ich kann nicht aufstehen, Leute. Ich kann ja... Ich habe mich so gut gehalten. Was macht der Penner eigentlich da? Ich glaube, er trifft mich nicht. Ich sterbe wirklich wegen dieser Abgase da. Jetzt hat er mich getroffen. Boah, ich kann nicht aufstehen, ey. Das ist ein richtig beschissenes Ende. Ich habe nur noch vier Lebenspunkte. Ah, shit. Das ist ein Drecksende. Das ist ein Scheißende. Lieber ein Ende mit Kacke, als ein Kacke ohne Ende. Scheiße gelaufen. Du hast gespeichert. Aber ich bin fast unsterblich. Guck mal. Du hast das gespeichert, oder? So entfüllte ich uns. Mods könnt ihr noch... Ein bisschen. Ach du Scheiße. Sozial. Das ist ein asoziales Ende. Oh, kann ich leveln? Kann ich leveln? Geil. Das heißt, ich werde dann einfach besser mit der Zeit. Noch ein bisschen, oder? Scheiße, das macht ein bisschen süchtig, das Spiel gerade. Komm, noch... Wie laden. Ja, start. Ich bin bereit. Kann ich denn irgendwas aus... Oh, Nahkampfschaden, Waffenschaden. Egal. Komm, wir starten. So, ich hoffe, ich starte unten, bevor ich gepinkelt habe, weil ich glaube, das hat mir eigentlich eine Nacht gekostet. Das hat mich eigentlich die Nacht gekostet, den Tag... Die... Ich hab... Ich hab doch... Ich hab doch... Du kannst scheinbar leveln, aber du besser wirst. Oh, Style-Technik. Dieses Vertrauen. Ich weiß nicht, was ich mit deinem Vertrauen anfangen soll. So, ich geh jetzt nochmal hoch, weil ich muss die Leiche schenden... Äh, die Leiche fotografieren. Das Problem ist, ich muss in das Haus hinein. Zeig mal, wieso findet mich dieser Penner eigentlich immer? Hier brauche ich die Kamera gar nicht aufstellen, oder? Brauche ich die Kamera hier aufstellen? Die kann ich ja gleich oben aufstellen, oder? Tod auf dem Klo. Vielen Dank für den Clip, Minka92. Du bist überhaupt so ein Clip-Spezialist bist du. Du hast doch schon alle möglichen Clips erstellt von mir. So, ich gucke jetzt erstmal. Da ist die Tür. Und ich hab sie übersehen. Kann das sein? Ich hab diese fucking Tür übersehen. Okay, ich mach erstmal... Ich bereite alles für... Nein, ich bereite alles für ein Buddeln vor. Okay. You fucking wanker! Jesus Christ, nochmal! Das Licht ist aus, oder? Bist du jetzt draußen angeschaltet? Ja, ich hab's draußen angeschaltet. So, es wird gleich sowieso Nacht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es tut mir ja leid, Schatz. Noch ein Streich über Bigfoot auf einem Snowboard. Dann schwöre ich dir, dass wir fertig mitdrehen. Danach verbringe ich die Zeit nur noch mit dir. Nein! Mach den Vorhang zu. Bist du deppert? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas bringt, weil es gibt keine großen... Keine großen... Fluchtmöglichkeiten hier. Außer aus dem Fenster springen. Ich hab... Ich hab... Mann, ich hab ja auch natürlich nur noch 44. Kann ich das Fleisch nicht selber essen und ein bisschen regenerieren? Was macht denn... Nein! You f... Nein! Der kommt so oder so, ist doch egal. Eine Falle. Eine Falle. Ja. Okay. Es gibt mir vielleicht Zeit, aus dem Fenster zu springen und dann später gefressen zu werden. Was? Nachtsicht, Kamerabatterie. Also... Alright. Okay. Okay. Hier ist es schön warm. Vielleicht kann ich ja Lebenspunkte generieren. Regenerieren. Okay, Leute. Ich hab keine Ahnung, ob wir hier die Nacht überleben. 8.40 Uhr. Der kommt gleich. Puh. Wie wär's für ein paar Kameras aufstellen? Ich geh da nicht mehr raus. Kannst du nicht aufs Dach klettern? Weiß ich nicht. Geh bloß nicht aufs Klo. Kamera nutzen. Ich hab die Kamera gar nicht aufgestellt. Der kommt so oder so, Leute. Das Spiel ist so... Die KI... Da ist er doch. Der kommt mit Sicherheit. Gar keine Frage. No fucking question kommt der gleich. Ich würde mich wohl erfüllen, wenn ich in die Hocke gehen könnte. Also, wenn der kommt, Vorhänge auf und dann durchs Fenster was anderes. Geil, weiß ich nicht. Und dann renne ich wohl eben weg. Oder? Vielleicht soll ich erstmal mit allem nachladen, was ich hab. Warte. Boah, es ist erst 10 Uhr. Wann ist die Nacht vorbei? Um 6 Uhr morgens, ne? Das ist ein fucking Joke. Der kommt so oder so gleich. Ich kann ihm höchsten Sensor in den Hintern hauen, aber es bringt mir nix, weil ich bin damit beschäftigt abzuhauen. Ich schalte mich dann um auf Railgun. Die Vorder Railgun. Kann der auch durchs Fenster kommen? Kommst du sicher aus dem Fenster? Ich kam vorhin aus dem Fenster, Leute. Speichern. Kann jetzt eine lange Nacht werden. Meint ihr wirklich, ich soll speichern? Weil ich bis jetzt überlebt hab? Aber ich, ja, ich wär auf jeden Fall hier hoch gerannt. Hier ist ja die Leiche, die ich fotografieren muss. Der kommt nicht, der Dude. Vielleicht ist es hier unten. Es wär so schön, wenn er hier wäre. Ist aber nicht. Wisst ihr, was cool sein würde, wenn diese... Wenn diese Kameras irgendeine Art Alarm geben könnten? Wieso kommt der denn nicht? Der ist eben gerade... Unterm Fenster am Eingang liegt eine Pistole. Ja, aber ich hab ja schon alles. Was ich brauche, ist Madpack. Leute, ich hab das Gefühl, da ist... Ich komm nicht durchs Fenster. Ich Idiot. Das ist verbarrikadiert. Oh shit. Ich bin in einer fucking Mausefalle. Vielleicht durch das Fenster komm ich. Aber ich trau mich nicht. Wenn denn nicht? Ich komm durch dieses Fenster. Doch, hier komm ich durch. Ich hab das Gefühl, der ist nicht hier. Das ist ein Glück, dass er die Kameras nicht weghaut, oder? Alter, wo ist der Vogel? Zwei Uhr. Leute, ich warte hier noch ein bisschen. Ich will es nicht herausfordern. Sobald Tag wird, sammle ich die Falle ein. Vielleicht hab ich Glück und ich kann die Nacht überleben, ohne Kontakt mit ihm. Sieht gut aus. Also, was ich machen könnte, ist, wenn ich nicht durchs Fenster kann, ist ihm erstmal die Leuchtpistole in den Kopf schießen und dann irgendwie rausrennen. Oder was ich auch machen kann, er wird von der Falle aufgehalten, dann die Leuchtpistole und dann nochmal zwei, drei Schuss mit der Shotgun und dann aus dem Fenster. Ich weiß nicht, das hört sich gut an, aber ich weiß nicht, ob ich das umsetzen kann. Ich muss vorher Füße küssen. Nein, Leute, ich riskiere es nicht. Es ist vier Uhr morgens. Super. Mit Sicherheit locke ich ihn jetzt an. Okay, ich werde erstmal die Falle einsammeln. Mit Sicherheit locke ich ihn jetzt an. Komisch, dass er nicht kommt. Das ist das erste Mal, dass er mich nicht jagt. Hätte ich nicht gedacht. Ich mache mal aus hier. Ich mache mal aus hier. Ist irgendwas zu looten? Scheiße, dass ich die Seilbahn nicht runter kann, oder? Wenn er kommt. Okay, dann stelle ich jetzt hier eine Kamera auf. Oh. Soll das heißen, er war gerade hier? Alright. So, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera... Jetzt wird es... Oh. Ey, die erste Nacht, dass er mir nicht den Arsch versohlt hat. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Ich würde sagen, wir filmen... ...in die Richtung, oder? Gibt es keinen Shortcut nach unten? Gleich ist Bigfoot am Scheißen. Speichern. Dankeschön. Ich würde gerne was ausprobieren. Meint ihr nicht, ich kann die Seilbahn irgendwie betätigen? Das ist doch nervig, jetzt da runter zu laufen. Da habe ich keinen Bock zu. Kann man da nicht irgendwie... Nein? Nein, oder? Komm, sonst verbringe ich hier den ganzen Tag... ...und dann habe ich... ...habe ich wieder gelost. Was bringen die Fotos eigentlich? Ich weiß nicht, Punkte? Boah, ich verbringe jetzt den ganzen Tag damit, hier runter zu laufen. Mehr wie 30 Monate streamt er schon. Echt? Mehr als 30 Monate schon? Bringt das irgendwas am Fluss entlang zu... ...sollte mal gucken. Oh, Adams Falls. Aber ich sollte da nicht runter fallsen. Nee. Aber ich habe sie entdeckt. Immerhin. Halt, habe ich da hinten was gesehen? Warte mal ganz kurz, Leute. Kann man das ohne Batterien anschauen? Da hinten ist doch was, oder? Bilde ich mir das ein. Was ist denn das Rote da? Ach, das ist ein Baum. Ja, super. Super, Kaya. Halben Tag verplempert für den fucking Baum. Da ist nichts, ne? Nee. Hätte er sein können. Seine Höhle, ein Easter Egg, seine Mutter. Bigfoot, seinen Motor habe ich gefunden. So, Leute. Einfach Zeit verplempert for nothing. Stupid, ey. Komm hier wieder rein. Scheiße, wie komm hier wieder rein? Da vorne. Och, Leute. 12 Uhr. Ja. Pinselschwinger, 69, TTV. Vielen Dank für deine fünf Giftsabes. Oh, ich schulde euch noch fünf. Kann das sein? Weil ich fünfmal heute anyway gesagt habe. Das müssen wir noch machen. Aber eine Nacht noch, komm. Adams Falls habe ich entdeckt. Ich glaube, ich gehe rechts rum. Aber da komme ich nicht hoch, ne? Da komme ich definitiv nicht durch. Warte. Ich will eigentlich... Moment, doch, vielleicht... Ich weiß nicht, was diese scheiß Holzfällerei soll. Hier möchte ich hin. Oh, fuck, ich komme da nicht. Doch, hier. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Da. Da ist was. Okay, das hilft mir überhaupt nicht, die Nacht zu überleben. Was ist das denn? Was ist das denn? Wort Campingplatz. Und rechts geht's... Alright. Ich glaube, der Campingplatz schützt mich null. Ich mache erst mal das Licht aus. Bausuche. Heute suchte ich Plätze, an denen wir ein Fotoshooting für dich machen können. und sah dabei viel Blut auf dem Weg. Vielleicht existiert er. Speichern. Äh. Oh. 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 Hier geht immer ein Hub. Hier machen wir das Licht aus. Just in case. Nein, die Gitarre spiele ich nicht. Fleisch, Fleisch. Was mache ich nochmal mit dem Fleisch, sag mal? Habe ich vergessen. Also, habe ich nie gewusst. Ich habe es nicht vergessen, ich habe es nie gewusst. Autobatterie. Autobatterie? Also doch mit den Autos hier weg. Oh, scheiße, es wird... Och, Mann, Leute, es wird gleich wieder dunkel. Kann ich das Licht ausmachen? Nicht... Fuck, 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 fuck. Es wird nie was. Hier werde ich nie im Leben überleben. Never ever werde ich das hier schaffen. Ne. Nee. Das schaffe ich nicht. Hier ist noch ein Stück Piste, da gehe ich mal hoch. Vielleicht ignoriert er mich ja die Nacht nochmal. Ne, Leute, in so einem Zelt kannst du vergessen, oder? Oh, wir haben eine Seilbahn. Eine Seilkabelbinder. Wie sagt man auf Deutsch? Hier, Rutschbahn. Hier, James Bond-Dingens. So, Leute. Das Überleben ist gesichert. Diese Nacht. Wenn ich so ein Ding sehe, dann schaffe ich's. Alright. Wo ist denn das Entdeckungs-Dingsbum? Gib mir dieses... Treibstoff-Kanister? You can't take the item. Ich speichere mal hier, weil ich habe das Gefühl, hier schaffe ich's. Fixi-Klos? Ne, ich bin schon mal auf dem Klo gestorben. Ich passe da auch gar nicht rein. Nein. Boah, jetzt wird's dunkel. Okay. Man muss sich nur merken, wo die Seilbahn ist. Da hinten. Und sobald der Pisser kommt, rutsche ich runter. Rutsch runter. Nice. Ich glaube, hier ist nix mehr. Nein. Ich Idiot, hab daneben geschossen. So, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da hinten, ne? Ich renne weg. Ich renne weg. Wieso habe ich denn nicht geschossen? Weil ich keine Muniz... Ich habe keine fucking Munizierung. Oh, ist das Ding weit weg. Oh, ist das Ding weit weg. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Du fucking Guy. Alter. Wo ist er hin? Wie komme ich da wieder hin? Wie komme ich... Das ist doch zum... Das ist doch... Nenn mal looten, oder? Super, ne? Ich habe einfach keine Muni mehr. Hier kann man nichts drücken. Okay, der kommt gleich wieder. So. Du kleiner Scheißer. Okay. Wo ist er? Wieso habe ich hier eigentlich kein Update bekommen für eine Location? Der Plan ist aufgekommen. Er verprügelt dich kurz. Ja, das... Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Wieso komme ich denn hier... Was soll das denn hier? Ohne Scheiß. Ich bleibe hier hängen und muss rüberspringen? Okay. Whatever. Wo ist er? Kann ich hier auch runterspringen? Ja. Da ist er. Ich höre ihn. Ach, es gibt zwei von diesen Pissern? Wieso geht er weg? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht die Natur dieses Menschen. Ist es ein Mann? Ist es ein Tier? Ist es ein Crossbreed? Ist es ein Mutant? Ich weiß nicht, aber es scheint ständig zu sein, weil... Ich weiß nicht, warum ich hier hängen bleibe. Ne, ich glaube, ich habe alles gelootet. You fuck me! Schönen Abend dir und dem Chat. Wollte ich dir einfach nur danken, dass du meine Kindheit durch deine extrem lustige Art geprägt hast. Bin bitte aber selbst 18 und schaue dich nicht mehr. Und schaue dich noch liebend gern. Danke dir! Ghost, why zi... Why zi... Ja, ich, äh... Bin jetzt momentan vielleicht nicht ganz so funny. Aber das ist, weil ich die Buchse voll habe. Aber danke fürs Kompliment. Das sind sehr liebe Worte von dir. Das höre ich sehr gerne. Sag mal, aber das ist wirklich weird. Wo ist der denn hingerannt? Sag mal. Komisch, oder? Der hat mich eigentlich am Arsch gehabt. Was mache ich hier? 12.40 Uhr. Es ist erst 12.40 Uhr. Komm, ich renne da mal hin. Vielleicht kann ich ihn irgendwie triggern. Also hier kann ich auch reinspringen, ne? Er ist einfach weggerannt. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich kriege dafür Punkte. Ey, ich will ja jetzt nicht runter, äh, mit der, mit der Seilbahn, weil dann wartet er unten auf mich. Und beißt mir direkt in den Sack. Ich würde zu gern wissen, wo der Vogel ist. Das gibt's auch gar nicht. Ist er vielleicht unten und wartet? Was soll's? Komm, wir rutschen runter. Wir können ja wieder hochrutschen, haben wir festgestellt. Alright. Auf drei. Eins. Zwei. Er ist nicht hier. Das ist die Piste. Hm. Oh, hier waren wir noch gar nicht, ne? Oh, ich hab voll Angst, diese Stationen zu verlassen. Ich kann ja wieder hochrutschen, soweit ich weiß. Nein? Bleib auf dem anderen. Okay. Okay. Total geiles System, dass ich hochrutschen kann, oder? Ich weiß nicht, warum das Spiel mir das erlaubt. Boah, ich seh nichts, es ist zu dunkel. Ich würde nämlich gern ein bisschen Munition von diesem Ding hier verschießen. Ich hätte vielleicht mal schießen sollen, ne? Ja, Kaya, so wird das nix. Aber wie schnell rennt der eigentlich da hoch? Kann mir das einer sagen? Okay, ich warte jetzt hier und ich muss ihm mindestens eine Kugel verpassen. Das kann ich in dem Spiel nicht vorwärts. Da hinten waren wir noch nicht. Doch. Wo ist er? Es funktioniert. Ist so dumm. Ist natürlich total langweiliges Gameplay, aber... I don't care. Hauptsache ich überlebe. Hier ist eigentlich besser, weil hier muss er durch. Durch diesen schmalen Grat muss er gehen. Scheiße, hab ich ihn wieder erschreckt. Es wird hell. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Es ist 5 Uhr, ich glaube, das war's. Ist natürlich kein schlechtes Gameplay, oder? Einfach... Nee. Ich glaube, das war's, Leute. Oder? Wann ist die Nacht vorbei? Um 5 oder um 6? Es ist crucial. Der kommt nicht mehr. Ich glaube, das war's. Ich warte noch ein bisschen. Okay. Ah, also das ist World Campground. Da hinten. Da waren wir schon. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen da lang, hätte ich jetzt gesagt. Das ist ein Witz, oder? Nein, komm, es wird hell. Der macht nichts mehr. Komm, schnell, wir müssen die Zeit nutzen. Ähm. Ich hätte jetzt... Ach, fuck. Gebirge. Blöd. Nicht gut. Komm ich nicht hin. Okay. Ich hab kein Matpack. Äh, dann würde ich... Dann würde ich hier lang laufen. Schelter. Oh, Schelter hört sich gut an. Speichern. Dankeschön. Mann, mich hat die Sucht gepackt. 20.02. Motz, ihr müsst sagen, wenn ihr... Wenn ihr nicht mehr könnt, dann... Das ist ein Shelter? Das ist doch kein Shelter. Das ist ein Scheiß, ist das? Jetzt hab ich euch mehr gefordert, als ich wollte. Du meinst... Haben die Motz was gesagt? Wann gehst du off? Okay, um zwei. Also wirklich um zwei. Das ist wirklich... Dann ist Schacht im Schicht. Ich mach das mal aus. Das ist doch kein Shelter. Das ist... Shit ist das. Man kann... Kann der Bigfoot eigentlich auch in das Feuer laufen? Oh, hier oben gibt's nichts mehr. Okay, wieder zurück. Gibt's nichts mehr. Hab ich das fotografiert? Ja, ne? Eines Tages streiken wir vielleicht noch. Ja, zu Recht. Tut mir leid. Es wird nicht mehr vorkommen. Ich werd nie wieder ein Spiel suchten. Okay. Da brauch ich nicht hochlaufen. Offensichtlich. Äh, dann lauf ich... War ich eigentlich im Old Hunting Tower schon? Offensichtlich nicht. Da stand Old Hunting Tower. Wieso hab ich den nicht gefunden? Old Hunting Tower. Aber da komm ich doch her. Habt ihr ein... Habt ihr einen Tower gefunden? Ich dachte hier wär was. Aber da war nichts. Ach komm. Komm wir gehen hier runter. Die Piste. Kannst du nicht sein, dass ich das jetzt hier verkacke? Master of the Games kommende Comedy Show. Ja, Comedy Show. Ich bin da. Also ich bin einfach da. Auf dem McDonald's Stand. Und Gnu ist da. Und oh. Hier. Oh. Ach, ist das mein... Nein, das ist nicht mein Camp, oder? Nee. Das ist was anderes. Ist das ein Flugzeug? Ich höre immer dieses blöde Motorengeräusch. Oder ist das ein Schneepflug, oder what the fuck ist das? Schneekanonen. Nein. Feuerwerk. Whatever. Kann ich mich hier verstecken? Kann ich... Kann ich auf den Laster drauf? Scheiße. Kann ich den Laster... Kann ich... Hör mal auf da hinten so rascheln, du... Nein. Kann ich auf die Kiste drauf? Und dann auf den Laster? Nein. Köln, oder? Wäre ich. Die Games kommen. Ja. Leute, es wird bald wieder dunkel. Ich würde sagen, ich renne zum Trailer. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Aber ich renne jetzt zum Trailer, weil... Ich bin fucking zwei Stunden jetzt wieder dunkel, oder? Ich bin froh, dass es... Ich weiß nicht, was dieses Holzhackengeräusch soll. Ich renne jetzt ganz schnell zum Trailer und ich weiß nicht, ob ich da safe bin oder nicht. Aber es wäre ein Versuch wert. Vier Uhr. Es wird gleich wieder dunkel. Oh, I'm just about to make it. Oh, jetzt habe ich... Wo ist der Trailer? Wo ist er? Hier. Wo ist er? Wo ist er? Ist er da oben? Fuck off. Wo ist er? Hier. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es mir... Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, Leute. Ich dachte, jemand hätte einen Kühlschrank... Tatsächlich, Leute. Es wird respawned. Okay. Aber GPS-Sensor, ich brauche unbedingt ein Medpack oder so. Er hat die Kamera aus... Er hat die Kamera aus... Dieses Schwein hat die... Er hat die... Nee, sie ist ausgegangen. Hä? Keine Ahnung, warum nicht. Warum ist denn die erste Kamera ausgegangen? I don't know. Nee. Ich brauche ein Medpack. Nein. Ah. Oh, habe ich die Schubel... Wie viele GPS-Sensoren brauche ich? Nein. Nein. Ich brauche ein Medpack. Bitte. Give me something. Warum kann ich nicht das Fleisch essen? Oh, wie viel... Das gibt es doch gar nicht. Das Spiel verarscht mich. GPS-Sensor. Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht wahr. Was brauche ich die Dinger denn? Es respawned, aber nur blöde Sensoren. Wieso ist hier nicht irgendwas drin? Oh, oh. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich kann auch nicht mal... Oh, ich kann die... Ja. Licht ausschalten wäre nicht schlecht. Kann ich denn das hier ausmachen? Wie kann ich das ausmachen? Scheiß, der bleibt einfach an. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Aber... Es ist 8 Uhr. Bis jetzt haben wir überlebt. Das ist doch nicht schlecht, Leute. Das ist die sechste Nacht, oder? Rechts an der Wand hängt eins. Nein, da ist... Hier ist nichts. Oh, rechts an der Wand. Einen Scheiß. Nein. Alles, was ich hier drin machen kann, ist gucken, ob er woanders ist. Wisst ihr, was cool wäre, wenn die Kameras irgendeinen Beep geben würden? Beep. So eine Art Bewegungsmelder wäre nicht schlecht. Da müsste ich nicht wieder... Das ist nicht... How the... Alter, da habe ich mich erschrocken. What the fuck is fucking... Hat er durch die Scheißwand geschlagen. Das kann doch nicht sein. Leute, das kann doch nicht sein. Er hat mich durch den... Mein Herz. Oh, mein Herz. Du wolltest doch ein Signal. Da war es. Oh, ich bleibe jetzt hier stehen. Ich wusste, dass er... Der ist mir immer am Arsch. Ist egal, was ich mache. Ist egal, was ich mache. Die Kameras bringen gar nichts. Die Kameras bringen scheiß. Ich weiß gar nicht, warum ich Kameras einstelle. Er ist mir sowieso mal am Arsch. Ich sollte mir eine Kamera in den Hintern stopfen. Ja, dann würde ich was auch sehen. Ja, dann würde ich da am Laptop seine... Oh, ich glaube, der steht hinter mir. So ein Schwachsinn, ey. Diese blöden Kameras. Ja, dann stell die Kameras auf. Dann kennst du seine Route. Seine Route ist direkt in meinem Boppes. Da ist seine Route. Jesus Christ. Fleisch und Falle. Also, er kommt nicht in den Trailer rein, aber er kann sich, glaube ich, durch die Wände baggen. So. Ihr Pisser. So, ich habe das Gefühl, dass... Ich glaube, er kann nicht durch die Tür. Das ist jetzt my feeling. My feeling ist, dass er nicht durch die Tür kann. It's just a feeling, okay? Das war der Roundhouse Kick von seinem Mut. Da ist er. Ich hoffe nicht, dass er mich von hinten... Ich hoffe, das funktioniert, Leute. Ich weiß es nicht. Ich meine, der ist doch viel zu... Komm. Wenn er mich von hinten wieder durch die Küche durchbummst, dann lass dich aus. Vielleicht soll ich das Stück Fleisch dahin schmeißen. Wo ist denn das Fleisch überhaupt? Wo ist denn das blöde Fleisch, wenn man es braucht? Wo ist das Fleisch? Ach ja, hier ist das Fleisch. Fleisch ist der beste Köder. Ja, und wie mache ich das da rein? Wie mache ich das da rein? Was steht da? E. Nein. Nein. Das war nicht E. Jesus Christ. Was für eine Steuerung. So. So. Und jetzt? Was muss ich drücken? Halten. Ah, jetzt. So, du Pisser. Komm her. Komm her. Hier ist Fleisch und so. Mh, lecker. Mh, lecker Fleisch. Ist er was gespawnt? Nein, hat nicht. Komm mal. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Da hinten ist er. Hey! Jetzt... Jetzt steige ich selber in diese blöde Falle. Das kann doch nicht sein, dass er mich nicht sieht. Warte, ich mache das Licht an. Da. 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 Ja, so wird das nichts. So wird das nichts. Mhm. Ah, so wird das nichts. Ich habe keinen Mad-Tag. Er ist erstmal eine Respekt-Shadow durchs Fenster. KUICH! Alter, das wusste ich nicht, dass der das kann. Also dieser fucking Trailer ist... Der braucht dabei ewig, um mich zu töten, oder? Also von 10 auf 0 dauert einfach eine halbe Stunde. Kaja, du musst die Fenster schließen. Die waren geschlossen. Als ob er sich von einem Fenster aufhalten lässt. Egal. Ich habe keinen Mad-Pack. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nichts machen. Die letzten 10 Lebenspunkte. Leute! Ich glaube, das war mein Signal. Ich bin jetzt zweimal verrenkt in diesem Game. Aber es ist geil. Irgendwie ist es geil. Auf eine masochistische Art und Weise. Jetzt zeig mir doch mal, wie du mich frisst in deiner fucking Höhle. Die werde ich noch finden. Das sind ganz viele Hinweise. Das ist irgendwie so eine bescheuerte Höhle. Irgendwo in den blöden Höhlen. Ich glaube, ich habe den fünften oder sechsten Tag überlebt. Oh, stimmt. Hier bin ich gestorben, weil Bigfoot hier durchs Fenster durchkam. Ich glaube, das war mein Ende. Alter, ich habe einfach 40 GPS-Sensoren. Das ist so komisch an diesem Spiel, dass es GPS-Sensoren gibt. Oh, komm Leute. Ich nehme die jetzt gar nicht mehr mit. Ich glaube, das ist ein Bug. Ah, wie spät haben wir es überhaupt? Oh, 5 Uhr. Das ist ja schon... Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann jetzt nirgendwo mehr hin, ne? Ich dachte, ich wäre hier safe, weil Bigfoot wird mit Sicherheit gleich kommen. Und ich glaube, hier drin habe ich auch keine Chance. Ich habe auch schon alles gelootet. Oh nein. Halt. Jetzt kommt Bigfoot. Ich frage mich, ob ich hier drauf kann. Ah. Komm, komm, komm. Scheiße. Ah, das wäre so gut gewesen, oder? Weil ich weiß, dass ich im Camper keine Chance habe. Kann ich hier hoch? Oh, shit. Mit Sicherheit kommt er gleich. Ach, Leute. Ich muss diese Nacht unbedingt überleben. Oh, shit. Was mache ich eigentlich hier mit Feuerwerk und Treibstoffkanister und Autobatterie? Ah. Ich kann den Treibstoffkanister da hinstellen. Jetzt verstehe ich. Warte. Boom. Ah, ja, ja, ja. Ich habe eine Idee. Oder spreche ich mich jetzt gleich selber in die Luft? Also, wenn er jetzt hier in die Falle geht, kann ich hier auf diesen Sprengen... Er kommt. Oh, Mann, Leute. Am fuckt. Falle vor das Fenster. Ich glaube, ich spreche mich selber in die Luft. Kann das sein? Ich glaube, ich muss die Falle ein bisschen weiter weg. 100 pro... Warte. Aber es muss schon davor sein, weil er wird ja sich davor stellen. Nee, ich... Ich stelle die... Nee, nee, ich muss... So. Das Problem ist... Ah, wisst ihr, was das Problem ist? Es ist so eng hier. Wenn... Ich kann... Ich kann den Kanister nicht hinter die Falle stellen, weil dann... Treffe ich den Kanister nicht. Und wenn ich sie da vorstelle, spreche ich mich selber in die Luft. Also, total... Scheiße eigentlich gerade hier. Ach, lass mich kurz überlegen, was ich mache. Bum. Mehr wird's mir nicht. Vielleicht kann ich da durchschießen. Ich probier's mal. Pickfut seinen Motor. Achso, ich hab die Signalpistole. Also, was natürlich perfekt wäre, ist, wenn er gar nicht kommen würde, Leute. Weil ich ganz ehrlich bin, ich werde hier nicht überleben, wenn er kommt. Machen wir das Licht aus. Ja. Weil er... Er glitscht quasi hier durch. Hier wird er durchkommen. Hier wird er durchkommen. Hier vielleicht. Und hier. Am besten ist natürlich, wenn wir einfach drei, vier Stunden abwarten. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Er kommt bestimmt gleich durchs Fenster. Ja, das letzte Mal hat er mich durchs Fenster. Nicht... Die Fenster sind geschlossen, Leute. Die Fenster sind geschlossen. Guck, jetzt sind sie auf. Die sind zu. Ich weiß, die sehen offen aus, aber sie sind zu. Was ihr meint, sind diese Shades. Die sind offen. Das stimmt. Aber die... Die kann ich nicht zumachen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier am besten bin. Aufgehoben bin. Weil hier kann er nicht durchkippen. Die sind alle zu, Leute. Der Rahmen ist oben. Falle vor das Fenster mit Fleisch drin. Ich will doch gar nicht... Ich will ihn gar nicht anlocken, Leute. Ich möchte, dass er überhaupt nicht kommt. Weil der schlechteste Ort, um sie vor Bigfoot zu verstecken, ist hier. Oh shit. Und auch nicht direkt am Fenster stehen. Aber ich glaube, ich habe Glück. Und er kommt nicht hierher. Ich glaube, ich habe Glück, Leute. Ich darf auf jeden Fall nicht mehr hier die Nacht überleben. Äh, über... Verbringen! Verbringen! Ich weiß nicht, was gut wäre, wenn die Kameras sich von alleine melden würden. Wenn Bigfoot vorbeikommt. Aber das tun sie leider nicht. So eine Art Bewegungsmelder. Auch gern mit Fehlalarm. Weiß ich nicht. Wenn es ein Bäh ist oder ein Reh oder eine Schneeflocke. Oder so. Mir scheißegal. Aber so ohne alles. Und ich vergesse auch ganz oft, dass ich die aufgestellt habe. Oh. 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 Nein. Es ist niemand da. Was sehr gut ist, Leute, für mich. Noch zwei, drei Stunden, dann bin ich ja wieder raus aus dieser Hütte. Piepen die bei Bewegung nicht? Bei mir nicht? Sollten sie das? Also bei mir piepen die Kameras nicht, was ich leider total blöd finde, weil ich ganz oft vergesse, die Kameras zu checken. Aber sag mal, wo ist denn der Vogel? Normalerweise findet er mich in jeder Nacht, ne? Ich glaube, wir hatten nicht einmal, dass Bigfoot nicht kommt. Das ist wirklich jetzt sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Aber ist mir recht. Ich glaube, die besten Überlebenschancen habe ich bei den Häusern, wo ich ihm einfach aus dem Weg gehen kann. Die Treppen rauf, dann wieder runter. Tür zuschließen und so ein Shit. Naja, kommt nicht. Das ist doch gut. Okay, Leute, wir haben es fast geschafft. Hier in die Hocke kann man nicht. Man kann hier nicht in die Hocke gehen. Leider kann man hier nicht in die Hocke gehen. Hätte ich ja schon längst gemacht. Ich glaube, er ist wo ganz anders, der Dude. Glück gehabt. Also werde ich die sechste Nacht überleben, oder? Ist die sechste. Das ist scheiß GPS-Sensoren. Ich bin nicht auf der Gamescom. Ich bin hier im Office. I want to believe. Glaubt ihr an UFOs? Also jetzt ist das nicht neulich irgendwie aus dem britischen... Keine Ahnung. Aus Großbritannien wurde irgendwie ein Foto aus den 90er Jahren, wurde jetzt released. Obwohl das unter Geheimverschluss war. Und ich seh immer diese Fotos und ich kapier das nicht. Ich so, ja, ich seh irgendein Objekt, aber keine Ahnung, ob das ein UFO ist. Ich versteh diesen Point von UFOs nicht. Ich versteh diese geheimen Scheißerei nicht. Also ich mein nicht von der Regierung, sondern von den UFOs. Wenn's die gibt, wieso landen die nicht einfach auf dem fucking... Keine Ahnung. Vor dem Regierungsgebäude in Berlin. Und sagt... So, ihr Peter. Hier sind wir. Es gibt Leben da draußen. Und ich bin's. Das Frettchen. Warum immer dieses... Hier sind wir. Hier sind wir nicht. Hier sind wir. Hier sind wir nicht. Ich kapier das nicht. What's the fucking point? UFOs kommen von den Deutschen. Okay. Okay. Nein, im Ernst. Sollte es die geben, frage ich mich nicht... Frage ich mich, was soll dieses Versteckspiel? Dann zeig dir mal deine Fresse und sag dir mal, was abgeht. Aber immer dieses... Halt... Halt... Oh. Verstehe ich, wofür das gut sein soll. Okay, Leute. Wir haben 5.37 Uhr. Wann fängt der Tag an? Ich glaube, ich hab überlebt. Kann man das mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Nacht überlebt hab? Ja, es wird wieder hell. UFOs kommen von den Türken. Nein, dann würden sie UFOs heißen. Okay, mit dem Witz kann der... Deine Karneval... Ist das... Ist das der Jet... Ist das Bigfoot, der Holz hackt? Okay, es ist Tag. Ich hoffe nicht, dass er jetzt kommt. So, Leute. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich glaube, in der Richtung haben wir uns noch nicht umgesehen, oder? Wer denn jetzt Bigfoot kommt? Wer denn jetzt kommt? Nein. Scheiße, ich hab was gehört. Ein Bär... ...oder Bigfoot? Was hab ich grad gehört? Ich halte es für unwahrscheinlich. Naja, UFOs schon richtig. Unendlich für ein Blutobjekt. Das ist aber... Oh shit. Kann ich hier runter? Gibt's Falling Damage? Was? Wer ist das? Hier gibt's ja noch andere Viecher. Hier gibt's noch Bären und... Ah, da oben. Da. What the fuck? Kommt der denn her? Ach nein! Und da hinten ist Bigfoot! Ich hab die Nacht überlebt und verrecke! Und da hinten ist Bigfoot! Und ich verrecke wegen so'n fucking Wolf! Wieso hab ich nicht gespeichert? Ich schmock! Boah, ich hab keinen Verbandskasten. Das kann doch nicht sein! Du scheiß Arschwolf! Jetzt verrecke ich durch den Wolf. Das kann doch nicht sein. Ich hab die ganze Nacht überlebt und sterbe tagsüber an so'n Arschwolf, der mir Vegetarier in den Arsch beißt. Obwohl ich dem Wolf nichts getan hab! Ich fang jetzt an, Wolfsfleisch zu fressen. Just like that. Super. Ich hab nichts. Komm, kann ich mir wenigstens selber eine Falle stellen? Dann bring ich mich selber um. Und das Geile ist noch, ich werd auch noch gedisst. Ich werd auch noch von Bigfoot gedisst. Weil, weil... Ist hinter mir jetzt zufällig ein Reh, was zufällig... ...noch an meinem Ohr knabbert und ich weiter verrecke? Ich kann nichts machen, Leute. Nichts. Ich bin hilflos like a mother. Ich werd ein Biss... ...ein Biss vor dem Typen im Arsch und ich bin schon tot. Und dann werd ich von Bigfoot gedisst. Der mich mit seinem nackten fucking Bigfoot-Arsch nicht anschaut. Ist ja hinten vorbeigelaufen und hat gesagt, ah, da muss ich nix immer machen, ne? Der Typ verreckt von alleine. So doof. Das ist der schlechteste Tod von allen. Da könnte auch stehen, you suck. Nein, Leute, das ist der schlechteste Bigfoot-Tod ever. Sorry, aber so richtig... Ja, schön. Und jetzt kommt er dann doch noch vorbei. Hast du gar nicht verdient. Du hast mich gar nicht getötet. Oh, jetzt muss ich die Nacht nochmal spielen. Ich will nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich die Nacht überlebe und wegen so'n fucking Wolf verrecke. Ich bleib' jetzt nicht nochmal ne Nacht. Was ist denn das für ein Gameplay? Wir sind doch Gamer, oder? Ich renne jetzt ganz schnell. Fuck, ne Viertelstunde. Wann fängt die Nacht an? Ach, scheiße, Falling Damage. Ich guck, was hier passiert. Nein, nichts. Ich hoffe, ich find was. Nein, der Wolf fiel mir schon wieder am Arsch. Ich bleib' jetzt nicht nochmal ne Nacht im Camper. Kein Bock. Also, es reicht tatsächlich noch aus, bevor die Nacht anbricht, noch ein schönes Stück durchzurennen. So, komm, hier muss doch irgendwas sein, oder? Da, da vorne ist was. Nein, natürlich kein Haus, keine Treppen. Was ist das? Oh, das ist doch gar nicht mal so gut. Weil der Jagdturm hilft mir überhaupt nicht. Erste-Hilfe-Set! Okay. Was ist das? Oh, ne Gasflug. Also, ich kann nur folgendes machen. Habe ich jetzt die Falle auch zerstört? Ja, ihr guckt jetzt nicht wegen Gameplay zu, oder? Und sagt, oh, der Kyle ist einfach so ein guter Game. So muss man sagen. Oh, der ist einfach der Beste. Oder? Drauf zu lachen. Weißt du, was ich mach'? Ich fackel den jetzt richtig ab, wenn er kommt. Warte. Was? Was? Was war das? Ach, die Kameras melden sich doch! Was? Das ist das erste Mal, dass die Kamera sich gemeldet hat, Leute! Ich mach jetzt so ein richtig schönes Weihnachtsfest mit diesem Vogel. Warte. Wieso geht das nicht? Okay. Pum! Nee. Nee. Habt ihr gesehen? Die Kamera meldet sich ja doch. Was ist das hier? Hat das die Falle? Ah. Empty, you fucking... Also, schauen wir mal, ob der kommt, Leute. Haben wir noch eine Schrotflinte? Mit Sicherheit kommt der hier rauf. Wenn der hier raufkommt, kann ich hier runterliepen. Das ist mir ganz wichtig. All right? Hier ist ein Kanister, hier ist eine Gasflasche. Komm, ich mach noch die Autobatterie on top. Wenn der hier... Nein, ich renne nicht nochmal in diese Scheiß. Kann man das denn hinmachen? Hier. Oder? Hier. Oh, das wird ein Feuerwerk. So, ich glaube, so bin ich ein bisschen besser dran. Aber es kann sein, dass er hier auch nicht vorbeikommt. Das war das erste Mal, dass die Kamera gepiept hat, oder? Ja, Benzin, Gas hingegen kann auf Benzin ballern, nicht auf Gas. Mir scheißegal, ich baller auf alles, wenn er kommt. Da war ein Wolf. Wo? Wo war ein Wolf? Ist egal. Kann der Wolf Treppen steigen? Also, wir haben Benzinkanister, wir haben eine Gasflasche, eine Autobatterie und eine Falle, in die ich reingedreht. Was war das? Was war das? Wie ignoriert mich Bigfoot? Kann das sein? Vielleicht nimmt er mich als Challenge gar nicht mehr wahr. Vielleicht sagt er, pfff, der Depp schon wieder. Der bringt sich doch immer selber um. Der tritt doch immer selber an die Fallen in dir, Herr Stab. Nope. Ihr habt das Gefühl, ich werde disrespektiert als Gamer. Ja, wirklich. Ah, ich hab doch eine Drohne, oder? Versuch, wir machen folgendes. Wir gucken uns das mal mit einer Drohne an. Ähm, wo ist die Drohne? Nachtsichtkamera, willkommen. Da. Na? Äh, und dann? Hier drauf, ne? Nee, da sind die Kameras. Ach, da unten. No signal. Ah, ich muss die aufladen. Alte E, um sie aufzuladen. Aufgeladet. Aufgeladet. Und jetzt? Und jetzt? Wieso geht die nicht? Kein Signal? Schön, dass das Spiel dir erklärt, wie eine fucking Drohne funktioniert. E, um sie aufzunehmen. Jetzt hab ich sie wieder eingepackt. Okay, ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Vielleicht muss man sie woanders hinlegen. Vielleicht funktioniert sie auf der Treppe nicht. da. Ah, jetzt. Alles klar. So. Wo ist die Drohne? Wieso geht's denn nicht? Ich check diese Drohne nicht. Ist die da hinten? Jetzt komm ich nicht an der fucking Falle vorbei. Ah, hier. Ich muss ein Foto machen. Die Drohne hat keinen Bock. Was ist denn jetzt mit dieser doofen Drohne? Wieso kann ich die nicht steuern? Kein Signal. Okay, vielleicht muss ich... Sekunden, aber... Mann, jetzt muss ich an dieser dummen Falle vorbei. E, um sie aufzuladen. Jetzt. Ah, komm. So. Mach. Ja. Ja. So, jetzt aber. Na? Ey, ich bin zu doof für die Drohne. Das gibt's doch gar nicht. Du brauchst Akku. Ich hab eh schon gehalten, Leute. Ich bin da schon hin und hab eh gehalten. Aber dann fehlt mir einfach Akku. Aber wieso läuft das Ding denn? GPS-Teil dran machen? Ah, okay. Wie denn? Moment. Warte, ich guck's mir noch mal an. Also, hier ist die Drohne. Jetzt hab ich die Drohne in der Hand. Und wie soll ich das GPS-Teil dran machen? Meint der das hier? Wie soll ich das... Aha, während die Drohne vor mir ist, oder wie? Sekunde. Scheiße. Versuch, mitten in der Nacht, während ich gestalkt werde von Wölfen und von Bigfoot, versuche ich, eine Drohne zu funktionieren. Aber so eine Kurzanleitung und wenn sie nur von Ikea ist, wäre doch nicht schlecht gewesen vom Spiel, oder? Ich versuche hier nachts diese beschissene Drohne zum Laufen zu kriegen. Drohne hat keine Kamera. Ja, anscheinend nicht. Ich dachte, die Drohne hat doch extra eine Kamera. Bis die Drohne läuft, ist sie wieder hell. Ja. Also, ich wüsste nicht, wie ich den GPS-Sensor... Die Drohne ist einfach die Drohne. Ja, die Drohne ist die fucking Drohne. So. Ich weiß nicht, ob ich sie aufgeladen habe oder nicht. Aber sie funktioniert nicht. Links unten, Akku ist voll. It doesn't work. Ich kann sie auch nur aufnehmen oder aufladen, aber ich kann nicht bestimmen, mit was ich sie auflade. So komisch, die Mechanik, oder? Kein Signal. Ich stehe direkt... Ich stehe direkt davor und das Ding hat kein Signal. Ist das gewünschte Story-Rätsel, Kaya? Genau, besser als in Madison. Es wird sowieso wieder hell, merke ich gerade. Es ist die zweite Nacht, die mich der Bigfoot verschont hat. Es ist 5 Uhr. In einer Stunde ist er wieder weg. Wow. Schon wieder überlebt die Nacht. Okay, ich glaube, alles, was ich aufgebaut habe, kann ich wieder mitnehmen. Wenn er jetzt kommt, rast ich aus. Ich würde jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Ich habe das Gefühl, da ist was. Immer da, wo diese Sackgassen sind. Speicher nicht vergessen. Stimmt, ihr habt vollkommen recht. Dankeschön. Wie ich mein Glück kenne, kommt jetzt wieder ein Wolf und beiß mir in den Arsch. Ich laufe so langsam, damit ich mir die Puste spare, falls wieder ein Wolf kommt oder ein Reh oder ein Frosch, der mich killt. Kai, not the only guy who is killed by a frog. Kai, the only gamer who steps into his own traps. That's him. Okay, hier ist eine Sackgasse. What is this? Wo sind wir denn hier gelandet? Kann einer mal googeln, wie diese Drohne funktioniert? Aber wenn der mich jetzt auch noch erschlägt und ich sterbe death by ice, dann raste ich aus. Meint ihr, ich soll draufschießen? Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ja sowas hier. Erstmal, erst mal schön kastrieren hier. Damit der sich nicht fortpflanzt. Ne. Ich dachte, das Ding, ich dachte, das Ding könnte kaputt gehen und irgendwie etwas offenbaren. Und wisst ihr, ein Rätsel oder so ein Scheiß, ein Scheiß. Super. Hat's ja richtig gebracht hier, ne? Mhm. Okay. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob er am, am, äh, 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 gehen wir erstmal hier rum. Moment. Ich weiß nämlich nicht, ob am Ende der Straße irgendwas ist. Huch. Boah, das gibt definitiv Falling Damage. Shit. Gibt's ja nicht so eine Seilbahn, wo ich runterkommen kann, so Gems-Bond-mäßig? Es gibt mit Sicherheit Falling Damage, oder? Kaya, schöne Grüße aus Dortmund. Schöne Grüße zurück. Ich will in eine ganz andere Richtung laufen. Dann herausgefunden, wer dieses Holz hackt. Ist es der Bigfoot selber? Wieso kann ich kein Holz hacken? Ich will eigentlich gar nicht hier langlaufen, aber das Spiel schreibt mir das vor. Old Hunting Tower. Wieso gab's kein Update bei diesen Ice-Figures? Ich lauf mal auf der Straße entlang, vielleicht gibt's da ein paar Goodies oder so. Meint ihr, es soll die Straße mal zu Ende laufen? Es kann ja sein, dass dann ich dort gerettet werde. Ah ne, ich will ja nicht gerettet werden, ich will ja den Bigfoot töten. Alter, hab ich mich erschrocken. What is this? Was ist das denn, eine Falle? What? Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab noch nie so... Hab... What? Hat man die gesehen vorher? Habt ihr das gesehen? Hat Bigfoot das gebastelt? Wie bist du aus der Fahrt gekommen? Mit Z? Das Game sagte Z, Z, drück Z. Ja, aber... Ja, jetzt muss ich auch noch schauen, ob diese... Also, so ein Scheißding wäre mir doch aufgefallen, oder? Park Entrance. Komm, gehen wir mal zur Entrance, vielleicht... Ich krieg wieder nichts. Es ist Tag und ich fall in... tappe in Fallen. Das ist alles, was ich diesen Tag gemacht hab. Und ich hab Eisfiguren angeschaut. Shut up. Also, ich muss nach oben schauen, ob's jetzt... Ich glaube, das Game wird immer härter. Also, das Game ist selber genervt von mir und sagt, Mann, du musst jetzt entweder sterben oder Bigfoot. Einer von euch. Was ist das? Hier ist nichts, oder? Hier ist schon wieder eine Falle. Hier ist gar nichts. Hier ist nur ein fucking See. Komm, ich lauf mal weiter. Kann ja sein, dass bei der Park Entrance... Okay. Ich glaub, da ist nichts. Aber ich guck mal nicht, dass schon wieder so eine dumme Falle kommt. Ach doch, hier ist ein bisschen was. Hier. Super. Ich glaub, das sind die Geräusche, die wir hören von dem... Und dem... Wisst ihr, wenn ihr immer dieses... Dieses Holz fällen... Dieses Holz fällen ist, glaub ich, von... Wenn er seine... Seine Krallen halt, so wie Katzen halt, ihre Krallen scharf machen. Was ist das? Kann man das nicht anschalten? Noch ein Benzinkanister? Achso, you can't take. Ich kann nur einen nehmen. Super. Hier ist kein guter Platz zum Übernachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wär nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Rechts am See entlang vielleicht. Ich hoffe, das ist nicht die Route von Bigfoot. Ich würde jetzt hier keine Kamera aufstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier langläuft. Ich lauf mal rechts vom See. Wenn jetzt die Nacht kommt, bin ich echt fuck. Ich muss irgendwie einen Unterschlupf finden. Irgendwas. Boah, ich hatte... Wie viele Stunden Gameplay haben wir? Fünf, sechs? Ich bin noch nie in der Falle getappt. Oh, fuck off! Es gibt... Wie, 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 wie. Sag mal, die Dinger sieht man wirklich nicht. Wieso baut man hier eine fucking Falle? Alter, ich hab nur noch... Nein! Ja komm, die Sache können wir auch abkürzen, oder? Ich verstehe nicht, warum man die letzten 10 Sekunden einfach rumhocken soll und sich beim Sterben zuschauen soll. Fallen, Leute. Das ist das erste Mal in einem Game, das ich fallen sehe. Wieso denn da? Ich habe woanders gespeichert. Ja, genau hier. Richtig, ne? So, und dann wollten wir... Hier sind... Komm, dann gehen wir direkt... Packet. Jetzt schau doch mal bitte, ob es hier Fallen gibt. Woran sieht man die denn? Ich glaube, das macht das Game willkürlich. Was haben wir hier? Gibt es dafür Punkte, oder nicht? Warte, dann laufe ich in die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung, wo die Fallen sind. Sieht man die? Ich gucke jetzt extra mal nach oben. Und sehe dann die Wölfe nicht, die mir unten in den Fuß... Hier ist nichts, hier ist keine Falle. Oh, das Game wird immer schwieriger. Hier ist nichts. Oh, scheiße, es wird Nacht. Okay, wo keine Bäume, da keine Falle. Richtig? Hier sind keine Fallen? Boah, wenn jetzt hier eine Falle ist, raste ich aus, weil dann siehst du die vorher nicht. Hier ist definitiv keine Falle. Da hinten ist auch... Ist in den Bäumen irgendeine Falle? Nein. Okay. Also hier kann ich mich schon mal hochseilen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Hier kann ich mich hochseilen. Das heißt, wenn er kommt... Okay, jetzt nach Fallen Ausschau halten, bitte. Komm, ich speichere mal. Keine Falle, keine Falle. Keine Falle. Haus. Haus ist gut. Dass er seine Krallen wetzt, ist nicht gut. Keine Falle. Scheißhaus ist nicht gut. Bearpaw Creek Hütte. Ich nehme mal lieber die Schrotflinte. Okay. Jetzt muss ich nur in diese dumme Hütte rein. Wie kommt man denn da rein? Bin ich zu blöd für den Eingang? Ja gut. Dann muss ich durchs Fenster. Ach, da ist er doch. Die ganze Zeit direkt vor meiner Nase ist diese fucking Tür. Das ist hell hier drin. Oh, ist das hell? Ist das doch gar nicht. Okay. Wenn er kommt, muss ich irgendwie... Keine Ahnung, wir müssen den... Wir machen so ein richtiges Fest hier, würde ich sagen. Was habe ich noch? Autobatterie. Gasflasche ist doch gut, oder? Bei den Energiepreisen ist das eigentlich eine ganze Menge wert hier gerade. So. Noch was. Eine Autobatterie on top, oder? Also eigentlich möchte ich ein bisschen, dass er kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob die Autobatterie was bringt, Leute. Aber ich fall nicht nochmal... Ich bleib nicht nochmal in meine Falle. Nee, nee, kriege ich das nicht hin. Egal. Speichern. Alright. Äh, looten. Was? Ich glaube, ich habe ihn gehört. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Er ist da. Er ist definitiv da. Ja, da ist er. Wir feiern Daniels 1 Million Aufrufe auf Snowboards. Ich stimme allen zu. Wir treffen uns am Eingang. Was habe ich denn noch in der Signalpistole? Nee. Nichts. Nehme ich die Schrotflinte. Ich glaube, das ist ein Bär. Das war ein Bär? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sich Bigfoot anhört. Aber ein Bär kommt nicht durch die Tür rein, oder? Wieso kann ich den nicht nehmen? Ich bin so ein Control-Legastheniker. Wie nennt man die Typen, die einfach komplett die falsche Taste drücken? That's me. Einfach die Tasche erschossen. Was ist denn das da? Hä? Was ist das für ein Viech? What the fuck is that? Warte mal kurz. Das möchte ich mir kurz anschauen. Das bin ich, das Frettchen. Erschieß mich nicht. Ich bin nur ein Foto, du Idiot. Oh. Ich muss die Kerze noch ausmachen. Ich muss vergessen. Das arme Regal ist ja gut. Bigfoot. Was? Ja, keine Ahnung. Das ist die dritte, nachdem ich Bigfoot in Ruhe lässt. Am Anfang hat er mich nur gehuntet. Und jetzt? Ich muss aufpassen, dass ich wieder nicht in die scheiß Falle rein. Wieso steht hier nicht der Code drauf von diesem? Der kommt nicht. Wieso steht da kein Name drauf? Irgendwas? Notebook. Da müsste doch irgendwo eine fucking Zahl stehen, oder? Das ist doch meistens in solchen Spielen so. Die Zahl ist direkt um die Ecke. Nein. Nein. Keine Zahl, kein Nothing. Nix. Reindeer steht da drauf. Super. Ich will wissen, was in diesem fucking Safe drin ist. Der kommt nicht, der Dude. Gibt's ja gar nicht. Ich glaub, der hat Angst. Code kann man auch in der Umgebung finden. Also nicht unbedingt direkt im Haus. Keiner weiß der Zettel. Kann auch direkt, kann auch draußen auf dem Tisch liegen. Ja, ich geh jetzt nicht raus. Ich bin nicht doof. Ich hab alles vorbereitet hier. Oh shit, ich hab keine Batterie mehr. Oh nee, Leute. Ich hab keine Batterien mehr für dieses fucking Nachtsichtteil. Das wär's geil. Das wär's geil, wenn direkt... Ich mach's vor allem auf und Bigfoot... Hallo. Ich dachte, da steht Ethan Hawke. Ich glaub, ich hab alles abgesucht, Leute. Der kommt nicht. Jedes Mal, wenn ich dieses Setup mach, an Fallen kommt er nicht. Ich glaub, der merkt das. Wahrscheinlich gibt's immensen Schaden, wenn ich... Wenn ich ihn in die Falle locke und dann hier das alles abfackele. Seitdem kommt er nicht mehr, der Vogel. Ich glaub, der hat Schisch, hä? Der hat keinen Bock mehr. Egal. Wir haben drei Stunden noch und dann... Was könnte denn das hier für eine fucking... Okay. Vielleicht muss man den Save aufschießen. Bigfoot muss sich erholen. Er hat seit gestern Corona. Speicher nicht vergessen. Dankeschön. Hinweis. Bigfoot reagiert auf Köder. Soll ich ihn mal anködern? Soll ich das machen? Komm. Wir bringen mal ein bisschen Action hier in die Bude. Und dann mach ich nochmal extra die Tür auf. So. Jetzt kommt er. Und... Durch welches Fenster muss ich? Das hier, ne? Ist ja der einzige Ausgang, oder? Das hier ist zugenagelt. Ja. Ich glaub, das ist das erste Fenster, wo ich wieder durch muss. So, jetzt. Fleisch. Falle Köder fucking Türs auf. Let's go. Komm on, Bigfoot. Es wird wieder hell. Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Fünf Uhr und der Depp kommt mich nicht fressen. Komm on. Bigfoot. Ich hab Fleisch hier. Ich bitte dich. Schön dünne. Ich habe lange hängen lassen. Kommt nix. Drohne Beschreibung. Eine fliegende Drohne mit vier Propellern. Kann mit dem Tablet ferngesteuert werden. Von Wasser fernhalten. Erfordert Batterien zu verwenden. Oh fuck, ich hab keine einzige Batterie. Geht das auch mit der Autobatterie? Okay. Ich hab ne Drohne, aber keine Batterie. Jetzt versteh ich's. Okay. Danke für den Hinweis an... Schon zu spät. Aber danke für den Hinweis. Ich glaub, der kommt nicht mehr. Es ist sechs Uhr. Ich glaub, der frisst den Wolf, der mir vorhin in den Hintern gebissen hat. Alright. Ja gut, dann müssen wir raus, Leute. Einmal speichern. Und Abfahrt. Jetzt kommt der Wetten. Ich hab hier Fleisch gerochen. Nicht zu spät, du Pisser. Nee. Ich guck nochmal im Klo, aber da war bis jetzt noch nie was. Nein. Boah, wenn er jetzt kommt, rast ich aus. Soll ich hier ne Kamera installieren? Was meint der? Wie viele hab ich eigentlich noch von diesen Kameras? Drei Stück. Hm. Ja, komm. Mal gucken. Ich muss die auch irgendwo installieren. Ähm, dann gehen wir jetzt in die Richtung weiter, würd ich sagen. Im Zettel stehen ein paar Zahlen. Oh. In welchem Zettel? Hier? Oh, guck mal hier. Explore the map. Take a photo of Bigfoot footprints. Fünf von drei. Get a photo of Bigfoot scratches on the trees. Hab ich, brauch ich nicht mehr. Find dead tourists. Ein. Take a photo of Bigfoot. Ach, von Bigfoot selber soll ich auch noch ein Foto machen. Ach, das ist die... Ach, das... Ah. Es... Aha. Ich soll den nicht gleich umbringen. Ich soll zuerst das da machen. Vielleicht krieg ich dann irgendwie was ganz Spezielles. Ich bin die ganze Zeit mit Töten beschäftigt. Schlimm, oder? So typisch Mensch. Erstmal töten und dann gucken, was wir da... Oh. Fallen. Fallen in die Trees, Leute. Bitte. Guckt mit. Das sieht wieder nach einer fucking Falle hier aus gleich. Wisst ihr zufällig, ob man die Fallen vorher sieht oder schlagen die einfach so zu? Ey, das ist die dritte Nacht, ohne dass ich Bigfoot begegnet bin. Das sieht nicht nach Falle aus. Das sieht nicht nach Falle aus. Keine Falle, oder? Ich würde zu gerne wissen, ob man die vorher sieht, bevor die vorher zum Schnappen... So, hier vorne vor uns müsste was sein. Da oben. Was ist das? Wo keine Bäume, da keine Fallen. Was ist das? Was ist das da oben? Aber das sind nur Felsen. Das sind nur Felsen. Ich dachte, das wäre eine Höhle. Hier ist nichts. Da oben. Ah. Pass auf. Dann nehmen wir dieses blöde Ding wieder nach oben. Oh, ich hoffe, es kommt keine Falle. Warte. Sieht nicht danach aus. Oder ich gehe diesen Fluss entlang. Da gibt es zumindest keine Fallen, glaube ich. Ist hier eine Falle? Nein. 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 Ich gehe den Fluss entlang, weil es hier keine Fallen gibt. Nicht, damit ihr euch wundert. Wieso läuft er denn da rum? So. Hier gibt es auch keine Falle, so wie ich das sehe. Nein. Okay. Nehmen wir dieses Ding hier. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Ganz kurz die Augen auf. Es ist 2.30 Uhr and I've done shit all day. Ich habe den Tag einfach versäumt. Was machen wir hier oben? Nichts. Hier ist gar nichts, Mann. Oh, hier ist... Ah, hier ist was. Okay, gehen wir mal diesen Weg. Ich hoffe, wir können hier überwintern. Äh, übernachten. Überwintern tun wir schon die ganze Zeit. Okay. Fallen? Gibt es Fallen? Nein. Wenn jetzt nochmal eine scheiß Falle kommt. Wie viel? 48 Lebenspunkte? Nichts. Hier ist schon wieder nichts. Das gibt es doch gar nicht. Ich speichere mal, bevor ich da reingehe. Doch bloß, das ist eine Höhle. What the fuck is going on? Das ist eine Höhle? Ich habe eine Höhle gefunden. Und es wird gleich Nacht. Wie dumm ist das denn? Der kommt ja gleich ins Gesicht gesprungen mit dem Arsch. Ich glaube, das ist eine Höhle, Leute. Oh, fuck. Und es wird gleich Nacht. I think I should leave. Wind Cave. Ist das die Höhle, wo ich immer gefressen werde? Liegen hier meine fucking Leichen rum? Du Schwein. Schnell raus hier, oder? Nein, 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 nein. Ich glaube, das ist eine Höhle, Leute. Äh, das sieht definitiv nach Höhle aus. Oh, wisst ihr, was ich hier machen kann? Was steht da? Der Wab. Beware. Ich glaube, ich hau mal ab hier. Nein, das gibt Falling Damage. Was soll ich denn in seiner Höhle? Jetzt habe ich zufällig seine Höhle gefunden. Oh, ich hoffe, es kommt keine Falle. Oh, ich hau aber sowas von schnell ab. Es wird gleich dunkel. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was ist das? Könnt ihr mir helfen? Fuck, fuck, fuck. Ich habe zufällig seine Höhle gefunden. Ich muss ganz schnell wieder zurück zu diesem komischen... Boah, wenn jetzt eine Falle kommt, raste ich aus. Ich habe nicht mehr viele Lebenspunkte. Aber auf dem Hinweg war keine Falle. Es sei denn, in der Zwischenzeit hat er einfach eine Falle gebastelt. Ist geil, dass er Sachen basteln kann und ich nicht. Okay. Ich glaube, davon brauche ich keine mehr. Davon habe ich genug. Aber ich mache es trotzdem, weil mir ist gerade... Okay. Wir können jetzt natürlich wieder dieses Spiel spielen. Sollte Bigfoot kommen, könnte ich ihn hier abballern und dann hier runter sliden. Das ist natürlich ein lustiges Spiel, oder? Wollen wir das machen? Ich meine, wir müssen irgendwann mal... Wir müssen irgendwann mal klarkommen mit diesem Vogel. Irgendwann muss es mal zu Ende gehen mit dem Typ, oder? Okay, das wäre eine Idee. Ach, Foto machen. Stimmt, ihr habt vollkommen recht. Oder Foto machen und abhauen. Naja, jetzt habe ich... Oder... Also, pass auf. Ich versuche beides. Ja. Ich habe vergessen, dass man die Störungs... Äh, die Eins... Also, ich mache ein Foto, wenn er in die Falle geht. Und dann schieße ich hier auf die Gaskanistergeschichte. Ja, das hat sich doch gelohnt, Geier. Mal davon abgesehen, dass ich mich selber in die Luft gesprengt habe, war das nicht schlecht, Leute. Es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Es war auch nicht gut. Aber es war auch nicht schlecht. Es war irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich kriege befriedigend die Note. Scheiße, ich habe mir 20 Punkte abgezogen, ne? Ich depp. Und ich habe keine Night-Vision-Kamera. Aber er kommt so schnell. Das Problem ist, dass er so schnell kommt. Und ich weiß nicht, von welcher... Ah! Fuck, ist das schnell! Alter, wie kann man nur so schnell sein? Kommt, dasselbe Spiel nochmal. Hat Spaß gemacht. Dasselbe Spiel nochmal. Dasselbe Spiel nochmal. Autobatterie. Ach, Mann, ich tapp nicht. Ach. Weißt du, wenn ich wieder auf die... der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Also oben, oben ist es definitiv einfacher, weil er ja nur von einer Richtung kommen kann. 475, wie war der am Anfang, 630, oder? Oh, und hier kann er von jeder Seite kommen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Hier kann er von jeder Seite kommen. Von rechts oder von fucking links. Ich dachte, der ist... Oh, Mann, ich bin... Oh, ich bin scheiße. Ist egal. Nein, der ist doch da oben! Nein, der ist unten, unten. Oh, fuck, bin ich... Ich bin fertig mit den Nerven. Habt ihr gesehen? Die Kamera hat sich gemeldet. So, nochmal. Also. Erstmal die Falle. Hierhin, würde ich sagen. Autobatterie. Ich glaube, die erwischt mich immer noch von hier, oder? Es könnte sein, dass mich die Autor... Keine Ahnung, was ich mit dem Feuerwerk machen soll. Der Sensor bringt mir nichts, Leute. Ich finde den Sensor total bescheuert. Ich weiß, es gibt ja nur so zwei Möglichkeiten, wo der sein kann. Bei mir. Oder nicht bei mir. Ich hoffe, dass die Autobatterie nicht zu nah ist. So. Jetzt kommt er. 475, Leute. Feuerwerk zum Anlocken. Komm, wir machen ein Stück Fleisch da rein. So. Jetzt wird aber angelockt. Komm mal, Leute. Wo ist er? Wir haben noch die ganze Nacht vor uns. Wo ist er? Da ist er. Nein? Ist geil, wenn er jetzt von unten hochjumpen würde. Und mir direkt den Arsch beißen würde. Bin der Geist, der dir was von unten beim scheißen Indiaya beißt? Soll ich wirklich das Feuerwerk hier losmachen? Okay. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Habt ihr den Wolf gesehen? Habt ihr den fucking Wolf gesehen? Leute, ich habe nur noch zwölf Lebenspunkte. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe nur noch zwölf fucking Lebenspunkte. Und die Falle ist kaputt. So geht das nicht weiter. Noch zwei Lebenspunkte weg. Ich sterbe bei zehn, nicht bei... Verstehe nicht? Achso. Wenn jetzt der Wolf kommt, raste ich aus. Also der Move war scheiße. Nee, der war... Nee, es war schlecht, Leute. Ich habe bei zweimal, habe ich... Ich habe mich von 40 auf zwölf Lebenspunkte runtergebumst. Das war einfach dumm. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich dachte, das wäre der Wolf. Aber spielt auch keine Rolle. Weil ich muss ja nicht warten, bis er nach unten kommt. Weil unten habe ich keine Chance. Der kann von rechts links kommen. Ich habe keine Falle gesetzt. Ich würde sagen... Oh nein, der hat beide Fallen zerstört. Scheiße. Jetzt bin ich... Jetzt wird es schwierig für mich. Der ist an der unteren Hütte. Das ist das erste Mal im Spiel, dass sich die Kameras melden. Also jetzt wird es schwierig. Ich habe zwölf Lebenspunkte. Ich brauche unbedingt ein Madpack. Und ich habe keine Fallen mehr. Also das ist jetzt zu Ende mit meiner Strategie. Ich habe auch überhaupt nichts, was ich auf den draufbumsen kann. Es ist vier Uhr morgens, sind zwei Stunden. Und ich muss unbedingt Ressourcen finden. Sonst wird es schwierig die nächste Nacht. Also zwölf Lebenspunkte ist dumm. Das ist das Maximum, was ich machen kann. Ist die Leuchtpistole auf den drauf. Wenn der denn nochmal kommt. Und dann mit der Shotgun zwei, dreimal draufknallen. Also das Problem ist ja, 363 Lebenspunkte. Also wir haben ihn schon ziemlich gut runtergeballert von 1000. Aber diesen grauen Bereich, den kann er sich leider wieder zurückholen. Indem er irgendwas frisst oder keine Ahnung. Irgendwelche anderen Touristen. Cool. Also die Strategie ist nur so lange gut. So lange... Da ist er. Hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht, Leute. Das hat dieser Schmock... Das hat er nicht gemacht. Ich wusste gar nicht, dass er diese Seilbahn zerstören kann. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn man das machen könnte die ganze Zeit. Ach man. Ich habe jetzt gedacht, ich kann mich hier durchschießen. Aber das Spiel ist gut designt, ja. Die haben sich das gedacht. Nee, nee, das machst du dreimal. Und dann fuck you. Ach. Ach. Oh nein, nein. Weg mit der Autobatterie. Warte. Wir müssen die Autobatterie... Nein. Nein. Boah, die Maussteuerung ist so kacke. Also einmal können wir es bestimmt noch machen, oder? Problem ist, dass die Batterie da hinten ist. Ich hoffe, sie erwischt... Wie spät haben wir es eigentlich? Ach so, es wird gleich... Also ich würde... Ich würde jetzt... Ich würde es zweimal machen. Zweimal würde ich es machen, Leute. Und dann muss ich gucken, wo ich hinrenne. Ähm... Wind Cave ist nicht gut. Ich könnte in die Lodge zurückrennen, ne? War die hier oben oder hier unten? Nee, die war unten, ne? Okay, der kommt gleich. Ähm... Ich hau noch... Ich hau wenigstens einmal die... Ey, habe ich nicht in der Zwischen... Ich dachte, ich hätte in der Zwischenzeit gespeichert. Habe ich nicht, ne? Also die Batterie donnern wir auf jeden Fall weg. Und dann muss ich schauen, ob ich unten... Das wäre dann in die Richtung. Dann würde ich zur Creek Lodge gehen. Und schauen, dass ich mich da verstecke oder so. Also von hier treffe ich auf jeden Fall die Batterie. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass sie mich nicht erwischt. Warte, ich speichere nochmal. Warum kommt der denn nicht? Ich habe einen Köder drin. Es wird hell. Ne, es wird dunkel, Leute. Es ist... Es ist PM. 7.15 PM. Er müsste eigentlich... Wir haben Fleisch in der Falle. Wir haben die Autobatterie ready. Wenn ich mich nur einmal drehe, falle ich runter. Und wir machen ein bisschen Musik, oder? Ich dachte, ich hätte ihn gehört. Come on, Leute. Ich habe Fleisch. Ich habe alles am Start. Let's go. Der Autobatterie ist am Start. Die Northern Lights sind am Start. Aurora Borealis. Aurora Borealis. Was ist los? Was ist denn dieses Totenkopf-Symbol? Ähm... Bei dem Haus rechts unten, seht ihr das? Haus und die Kamera ist hier rechts unten. Da ist ein Totenkopf-Symbol. Heißt das, als ich da gestorben bin? Ich bin schon überall gestorben. Da müssen ja fünf Totenköpfe dabei sein. Macht die Sniper nicht mehr Schaden? Ich glaube, ehrlich gesagt, nein. Ich finde die Sniper ziemlich... Ich bin mir sicher, die Schrot... Das Problem ist, ich habe keine Batterie mehr. Mann, ey. Nee, ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, fünf oder sieben Punkte hat die... nimmt die raus. Und die Schrotflint auf jeden Fall mehr. Ich habe halt nur unendlich viel Munition hier mit der R700. Sag mal, was ist denn mit dem? Wieso kommt der denn nicht? Warte, ich habe eine Idee. Hier, Flashlight. Hallo. This is your friend. I'm the Bigfoot Hunter. Dack, 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 dack. Das müsst ihr doch sehen, oder? Es gibt diese Nächte, wo Bigfoot einfach keinen Bock auf mich hat. Vielleicht bumst er seine Bigfoot-Frau. Kann ja sein. Was könnte ein Bigfoot davon abhalten, einen abendlichen Snack zu genießen? Außer einer Bigfoot-Frau fällt mir einfach nichts ein, Leute. der ist wahrscheinlich gerade am wenn ich ja auf ihn warte. Achso. Soll ich mal runtersliden? Vielleicht ist er unten. Ich glaube, unten wartet nur ein... Oh, da ist ein Bär, da ist ein Bär. I don't want to say anything, but there is a fucking Bär over there. That's not good for me. That's not good for... Oh, das ist der Bär. Alright. Das letzte Mal war ein Wolf hier. Ich hab ein Brett vor dem Kopf. Da, 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 da. Ich hab ein Brett vor dem Kopf. Also hier unten ist Bigfoot auch nicht offensichtlich. Okay. Komm, die Sliden wieder hoch. Die sehen auch unten nicht rumschleichen. Zack. Ich weiß auch nicht, Leute. Der ist nicht hier. Das kann doch nicht sein. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt diesen Scheiß her weghole, dann kommt er. Ich würde, als nächstes würde ich hier die Sackgasse ausprobieren, ne? Sollen wir machen? Oder? Er kommt nicht. Okay, komm. Komm, dann gehen wir hier weiter. Ey, wenn er jetzt kommt, rast dich aus. Schaut nach Fallen, nach Fallen Ausschau halten. Und wenn er jetzt kommt, ey. Keine Fallen. Oh, hier geht's runter. Waren wir hier schon? Ich will da gar nicht hin. Aber ich guck mal, was es da gibt. Nein, doch. Den Weg bin ich hochgekommen, ne? Nein. Warte, warte. Doch, doch, doch. Ich bin den Weg hochgekommen. Da unten gibt's nichts. Obwohl, hier müsste es was geben. Hier sind zwei Versch... Ach, ist egal, komm. Fallen sind keine hier, ne? Meint ihr, er sieht die Flashlights auch? Weil ich möchte ihm jetzt nicht auf dem Open Feld begegnen. Um ganz ehrlich zu sein, wären meine Chancen ziemlich scheiße sogar. Ich muss nur kurz gucken, ob ich... Hier, hier müsste was sein. Hier. Oh, das war mir klar, dass ich da runter muss. Ich weiß halt nicht, ab wann es hier eine Falling Damage gibt. Okay. Ab hier nicht mehr, glaub ich. Komm. Hier muss es doch was geben. Hier hört eine Straße auf. Hier muss es doch... Ach, komm, Leute. Da hinten ist was. Gut. Und das Schlupf, my ass. Das Ding hilft mir überhaupt nicht. Meint ihr, Bigfoot kann hier hochlaufen? Oh, da steht er davor. Empty. Ey, das Spiel gibt mir überhaupt nichts mehr. Das kann doch nicht sein. Äh, 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 F, E. Ja, empty. Gib mir doch fucking Medpack. Irgendwas. Wofür habe ich denn diesen dummen Unterschlupf? Hier ist nichts zu holen. Äh, eine Falle. Super. Eine fucking Falle. Was ist da drin? Fleisch, my ass. Das war's. Das war's. Bleh. Nein. Nein, ich sterbe. Ich habe nur zehn Lebenspunkte. You fucking guy. Das ist doch unfassbar. Was? Ich lebe noch. Nein, ich lebe nicht mehr. Ich hasse diese Fallen. Es kann doch nicht sein, dass diese Fallen mir jetzt... Komm, wir kürzen das Ganze ab. Ich habe das Spiel fünf Stunden durchgespielt und bin ich in einer Falle. Und ich glaube, ab der sechsten oder siebten Nacht wird das Spiel immer schwieriger. Also wir haben jetzt Fallen. Ich weiß nicht, was als Nächste kommt. Fucking Atombomben oder was? Seriously, diese Fallen nerven extremst. Ah, der kommt sowieso nicht. Da können wir gleich weitermachen hier. Komm, gehen wir weiter hier. Also beim Unterschlupf gibt es sowieso nichts zu holen, oder? Kann man nicht schon hier runter? Hier? Hier? Kann man hier runter? Oder sterbe ich? Ich wollte schon immer mal ausprobieren, ob man... Ach, mit Sicherheit sterbe ich. Ich würde sagen, schnell zum Unterschlupf. Ich wüsste nicht, wieso. Außer am Fleisch. Eine Falle gibt es da noch, ne? Also eine Falle im doppelten Sinne. Eine für mich und eine für mich. Boah, ich renne aber auch hier durch. Und es könnte jederzeit eine fucking Falle hier sein, ne? Ich weiß aber nicht, ob man die erkennt. Ich würde die zu gern vorher sehen. Ich weiß nicht, ob die da noch ist. Also hier oben in den Bäumen sieht man nichts. Jetzt laufe ich auch dran vorbei, merke ich gerade. Wenn jetzt eine Falle kommt, bin ich tot. Wo war denn jetzt dieses blöde Ding? Also in den Bäumen sehe ich nichts, Leute. Nichts. Wo ist denn dieser dumme Unterschlupf? Der war doch hier. Da. Also seht ihr irgendeine Falle? Hier war die. Ich habe das Gefühl, man sieht das nicht. Die war doch... Okay, vielleicht ist sie randomized. Man weiß es nicht. Hier war die. Hier. Hier bin ich durchgelaufen. Richtig? Also wenn jetzt hier eine Falle kommt, dann ist das Spiel übelst. Weil du einfach diese Fallen nicht... Du kannst den Fallen nicht entgehen. Und das finde ich übel. Weil das bedeutet, automatisch 10, 12 Punkte sind weg. Okay, wir probieren es, oder? Die war hier. Hier war sie. Okay, jetzt ist sie nicht mehr... Ah, sie ist absolut random generated. Bullshit. Oh Gott, Leute. Jetzt wird es Nacht. Eine Falle und ich bin tot. Und man sieht die Fallen nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde keinen Madpack. Ich finde gar nichts. So, wir müssen in die Richtung. Aber ich traue mich nicht, querfett einzugehen, weil... Diese Fallen töten mich einfach. Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich nichts. Da hinten ist was, Leute. Da hinten. Ich sehe irgendwas. Oder? Doch, da hinten. Da ist... Ich sehe da irgendwie Licht. Da. Ich muss irgendwie versuchen, an den Bäumen vorbeizulaufen. Hier ist keine Falle dran. Der Baum ist nicht stabil genug. Hier sehe ich keine Falle. Hier sehe ich keine Falle. Ich sehe hier keine Fallen. Bitte, bitte, bitte. Gib mir keine Falle. Bitte, bitte, bitte. Lass mich dahin, wo das Licht leuchtet, ohne dass es eine fucking Fall... Ist nur ein Wegweiser. Ist es nur ein Wegweiser. Ich laufe zu einem fucking Wegweiser. Und hier könnte überall eine Falle sein. Ich werde wahnsinnig. Ah, nee. Es ist so ein Rampending. Das ist schon mal ganz gut. Also, hier können wir uns positionieren, falls er kommen sollte. Ich speichere mal. Habt ihr vollkommen recht, Leute. So. Ich bin mir sicher. Ah, nee. Ich glaube... Warte. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Außer einer Falle wahrscheinlich, die mich mitnimmt. Nee, ich glaube, ich muss runter. Und das muss ich mit dem... Okay, dann muss ich damit runter. Meint ihr, Bigfoot baut solche Fallen? Dann möchte ich ihn nicht töten. Ich möchte, dass er, keine Ahnung, lehrt an der Uni. Wisst ihr? Einfach so Professor für fucking Fallen bauen. Da komm, wir gehen runter. Weil hier oben ist er nischt. Right? Dann komm, ich lass die mal an. Sonst find ich die nie wieder. Ich weiß nicht, ob ich gerade Schritte gehört hab. Hab ich gerade Schritte gehört? Dahin möchte ich. Ich möchte dorthin, weil hier ist wieder eine Saka... Ah, ich seh Licht. Ah, da muss ich hin. The problem is... Ich... Ich hör was. Was? Ich hör irgendwas. Irgendwas bewegt sich um mich herum und ich weiß nicht was. Was? Es gibt nichts zum Looten. Dieses Spiel gibt mir nichts. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf den Weg machen soll. Was ist denn hier für ein Viech? Problem ist, meine Nachtsichtlampe hat keine Batterie mehr. Jesus, das ist ein Hirsch und kein Elch. Okay, ich speichere mal. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ich gehe da rüber. Alright? Soll ich hier runter? Nein. Halt! Wenn er jetzt kommt... Wenn jetzt eine Falle kommt, bin ich tot. Wenn der Yeti kommt, bin ich tot. Aber ich muss ja irgendwo Ressourcen holen, ne? Also ich sehe nichts in den Bäumen. Ich hoffe, es kommt keine Falle. Was war das? The fuck? Das ist ein Compound. Das hört sich gut an. Ohne Scheiße. Ich hasse es jetzt durch... Unterbäume durchzulaufen. Laufen. Hier bitte keine Falle. Was ist das? Oh, Mann. Oh, Wolf. Leute, Wolf. Oh. Wenn es keine Falle ist und kein Bigfoot, dann ist es ein Wolf. Ich glaube, wenn ich den abknalle, dann locke ich den Yeti an, ne? Ich frage mich, ob eine Rohrzange gut ist. Oder ein Hackmesser. Wie wäre es mit einem Baseballschläger? Eine Axt. Okay, Leute. Ich gehe jetzt full frontal. Postal gehe ich jetzt. Seht ihr Fallen? Ich sehe keine Falle, oder? Wenn man die überhaupt... Du Drecksack von Scheiß, Wolf. Ist er weg? Da ist er. Okay. Oder so. Oder so. Warum nicht? Besser für uns beide, du Scheißer. So. Fleisch. Schön. Scheiß drauf. Drohnenbatterie! So sieht ein Drohnenbatterie aus nach 10 Stunden Gameplay. Hört sich nicht gut an. Die Gitarre bitte jetzt nicht betätigen. Ich mache mal aus hier. Ich glaube, ich habe genug von diesen Fotos, oder? Ich finde einfach kein Madpack. Das kann doch nicht sein. Das Spiel ist asozial zu mir. Nichts! Meint ihr, ich soll hier speichern? Hier. Hier speichern. Ja. Meine Überlebenschancen sind hier null, wenn er kommt. Nur mal so zur Info. Okay. 3.20 Uhr. Einfach hoffen, dass er mir nicht begegnet. Das Spiel ist so asozial. Es gibt keine Madpacks. Es gibt nichts. Okay. Gehen wir weiter. Die Kamera. Hier haben wir... Ach, hier unten könnten wir noch, ne? Im Süden. Okay. Okay. Alright. Let's... Was? Wo? Nein! In die Richtung wollte ich gerade laufen! Jetzt aber weg hier. Und jetzt hoffentlich keine Falle. Habt ihr gesehen, wo der ist? Der ist genau hier in der Nähe. Also auf dem Hinweg war hier keine Falle. Wenn jetzt eine Falle kommt... Scheiße, er ist ganz in der Nähe. Oh Gott, hab ich mich erschrocken vor diesem Kackhirsch. Alter. Hier haben wir nicht nach Fallen geschaut, ne? Hier könnte eine kommen. Uh, scheiße. Leute, bitte gib mir keine Falle. Bitte, bitte, bitte gib mir keine Falle. Shut up. Oh Gott. Okay. Er ist ganz in der Nähe, Leute. Wir könnten hier eine Falle positionieren. Let's go. Warte, nee. Zuerst die Autobatterie. Den Fehler mach ich jetzt nicht nochmal. Alright. Also ich werde ja wohl durch den Durchschießen können, oder? So. Also er war ganz in der Nähe. Halt. Wie spät haben wir es? Ah, das lohnt sich nicht mehr. Das war ein Elch. Ja, ich weiß, dass es ein Elch war. Hirsch, Elch, mir doch scheißegal. Ein Viech, was mich erschrocken hat. Jetzt kommen wieder hier so die... Weißt du, es geht hier um mein Leben. Ich hab Todesangst... Entschuldigung, aber das war ein Elch. Die haben sich vor einem Elch erschrocken. Ich sterbe. Ja, aber so viel Zeit muss schon noch sein, Herr Jana. Okay, gut. Sorry, es war ein Elch. Bigfoot kommt nicht. Er kommt einfach nicht, der Sausack. Kein Bock auf mich. Aber er war ziemlich in der Nähe. Da hinten ist was. Oh, schwirr, dieser Scheiß Elch, ey. Okay, jetzt speichere ich. Halt. Er ist immer noch da. Es ist genau die Richtung, die ich langlaufen will. Komm, dann laufe ich ihm mal entgegen. Weil ich glaube, es wird hell. Ich könnte ihm eine verpassen. Oh, scheiße. Wenn jetzt eine Falle kommt, habe ich ganz vergessen zu gucken. Hier könnte jederzeit eine scheiß Falle sein. Ich gehe lieber am Weg entlang. Obwohl, am Weg sind die auch. Okay, ich gehe an den Felsen entlang. Das ist ein bisschen sicherer, oder? Hier ist keine Falle, an diesen kleinen Scheißbäumen. Hier könnte... Oh, ich hoffe, es kommt keine Falle. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich sehe nichts. Okay. Hier war er zuletzt, ne? Da ist ein Bär. Ah, vielleicht ist der Bär nur durchgelaufen, nicht Bigfoot. Wo ist eigentlich die Kamera? Keine Falle, keine Falle. Ich sehe keine Falle. Ich sehe keine Falle. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die Fallen überhaupt sieht, ne? Kann man die Tiere nicht erledigen, dann an der Falle für Bigfoot stellen? Kann man bestimmt, aber ich habe genug Fleisch. Ich habe extremst viel... Ah, hier ist meine Kamera. Kann natürlich der Bär gewesen sein. Und wir laufen weiter. Und hoffen, dass keine Falle kommt. Also, ich sehe keine. Wenn man sie denn überhaupt sieht. Weil jede Falle... Nice. Schön. Das gibt es jetzt auch noch, oder wie? Es kommt als nächstes Meteor. Okay, fallen, fallen, fallen. Nein. Das ist echt neu in diesem Spiel, diese dummen Fallen. Hier waren wir sicherlich noch nicht. Schon wieder so ein Scheiß. Elch, Hirsch, Kuh, Dingens. Bäh. Ach, Leute. Das ist doch fallen Country ohne Ende hier. Shut up da hinten. Sei froh, dass ich Veggie bin. Bitte keine Falle. Bitte, bitte. Okay, diesen Weg kennen wir noch nicht. Nein, dann gehen wir diesen Weg. Ich hoffe, es kommt was richtig Gutes da unten. Und ich hoffe, es kommt keine Falle. Ich sehe nicht. Nein. Ich speichere mal. Man weiß ja nie, wann die nächste kommt. Also, ich sehe sie nicht. Es wäre so fies, wenn doch eine kommen würde. Man würde sie nicht sehen. Hier, dieser umgekippte Baum. Du könntest... Shut up. Nein. Oh Gott. So, jetzt. Hier irgendwo nach rechts. Richtig. Ah, da. Direkt vor meiner Fresse. Unterschlupf 3. Warte. Fallen auch direkt vor irgendwelchen Unterschlüpfen? Nein. Unterschlüpfen, oder? Ist das die Mehrzahl von Unterschlupf? Mann! Gib mir doch mal irgendein fucking Madpack. Das gibt's doch nicht. Es ist alles empty. Das Spiel will mich... Es will mich nicht mehr. Es hasst mich und mein Gameplay. Du Scheißspiel. Das kann doch nicht sein. Ich finde gar... Ich loote seit Stunden nichts mehr. Es ist ein Bug. Ich habe einen Bug gefunden. 100 Pro. Das ist ein Scheiß-Unterschlupf, Mann. Halt dich Fleisch nicht? Nee. Nö. Mich heilt nur ein Madpack. Ich kann Fleisch nicht essen. Hier. Fleisch ist der beste Köder, um Raubtiere anzulocken. Fleisch kann von getöteten... Ich habe elf Fleisch. Warum soll ich den töten? Nein, Leute. Das macht sogar... Im Spiel macht's keinen Sinn. Ich sehe keine Fallen. Ich sehe keine Fallen. Ich sehe keine Fallen. Keine Fallen sind sehbar. Wisst ihr, was ich befürchte? Ich befürchte, dass man die nicht sehen kann. Sondern das verspielt ja einfach... Wieso ist ein Zaun? Weil es das Ende des Parks ist. Aha. Ich glaube, dass man die Fallen nicht sehen kann. Das ist jetzt ein bisschen RNG, was hier abgeht. Ich glaube, die sieht man nicht. Und das ist natürlich richtig übel. Das heißt, man kann die nicht entschärfen. Man kann die nicht umgehen. Ich habe nicht eine einzige in den blöden Bäumen gesehen. Man sieht sie hinterher. Aber man sieht sie nicht... ...vorher, so mein Gefühl. Was ist das denn? Hau ab, bevor ich dich kille. Was ist das? Die Polizei! Hilfe! Polizei! Nimm mich mit! Keine Falle! Keine Falle! Nehmen sie mich mit? Hallo! Was? Oh, ich kann eine Laterne aufnehmen? Das war's. Aus einer fucking Laterne gibt mir das Spiel... Das Spiel ist ein... ...puh...so. Hier, Munitionskiste. Nichts! Kannst du die Kisten mit der Axt kaputt machen? I try. Also, nette Idee. Also, eine schöne Idee. Aber leider... ...kann ich wenigstens einen Baum fällen mit dem Scheiß. Ich speichere mal. Obwohl es hier überhaupt nichts bringt. Nee, wir sind nicht in the forest. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Okay. Einmal ganz kurz weggucken, Peter. Da sind wir hier in Far Cry. Entschuldigung. Ich hab den für nichts getötet. Ich hab zwölf Stücke Fleisch. Geht vielleicht... ...die Alarmanlage an oder so. Och Mann, ich weiß nicht, was mit der blöden Axt... Okay, let's go, Leute. Wir haben keine Zeit zum Heulen. Ich würd sagen, hier links oben ist auch noch... ...immer schön nach Fallen gucken. Da vorne ist eine Sackgasse. Und ich hab das Gefühl, mich killt gleich... ...ne Falle. Es wird Nacht. Mich killt eine Falle oder der Yeti. Äh, der Bigfoot. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Bigfoot und Yeti? Ist Bigfoot amerikanisch und Yeti ist... ...deutsch? Kennt ihr Tim und Struppi, diese Yeti-Ausgabe? Total nice. Oh, ich hab Tim und Struppi... ...ich liebe es immer noch. Von Hergé, Tim und Struppi. Ist das ein Weg, den ich gehe? Bringt das was? Und äh, Captain Herdog hat den Yeti gesehen. Sieht den irgendwo. Und will schreien... ...ja, der Yeti. Oder... ...ja, der Yeti. Und er schreit... Was schreibt er? Jeder Yati. Und ich als Kind hab mich so beömmelt... ...über diesen Versprecher. Ich fand den so lustig. Und ich hab die Stelle... ...vergesse ich bis heute nicht. Jeder Yati. Ja, der Yeti. Er hat sich so achtmal versprochen, weil ich erschrocken hatte einfach. Aber ich glaub, ich muss da rauf. Ah. Es raschelt. Es raschelt im Karton. Yeti ist weiß und lebt im Schnee. Yeti Himalaya. Okay. Also Bigfoot ist die... ...amerikanische Version vom Yeti. Oder umgekehrt. Die Kulturen sind so einfallsreich, oder? Die haben alle die... ...dieselben Mythen, Geschichten sagen. Leute, da muss doch irgendwas sein. Hier ist eine Sackgasse. Nichts. Ich bin ganz umsonst diesen Kackfelsen hochgekraxelt. Mitten in der Nacht. Jeder Yati. Was ist denn da unten? Da unten war ich noch nicht. Und ich bin hier oben. Und es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Außer natürlich hier die Aurora Borealis und den Mond. Der übrigens immer Vollmond ist in dem Spiel. Was hab ich jetzt gemacht? Hab ich die Waffe gewechselt, ohne dass ich es wollte? Meint ihr, ich kann hier runter? Aber wisst ihr was? Ich glaub, der Yeti kommt nicht hierher. Ich glaub, hier bin ich safe. Weil der ist nicht so dumm und holt sich Falling Damage, oder? Ich glaub, hier bin ich... ...absolut safe bin ich hier. Also wenn jetzt der Yeti hier runtergesprungen kommt... Ich hör was. Gibt's auch nicht einen Sasquatch? Also in, äh... Bei den X-Men gibt's einen Sasquatch. Also im Marvel-Universe. Yeti weiß, Bigfoot brown. Yeti ist russisch, beziehungsweise im Himalaya angesiedelt. Und der Bigfoot ist im amerikanischen Mittelwald. Yeti ist der Bigfoot, der im Hochgebirge lebt. Und weiß, braun, schwarz, werbung. Alles klar. Also, ich glaub, ich muss nochmal Falling Damage holen. Ich weiß nicht, warum ich Depp da runtergefallen bin. Ich hör ihn. Er ist da. Er ist da, Leute. Oder sind das meine Schritte? Nein, es ist er. Es ist er und er fragt sich, wo ich bin. Es kann doch nicht sein, dass ich hier mein Ende finde. Auf so einem scheiß Felsvorsprung. Das sind seine Schritte. Das sind seine Schritte. Aber er sucht nicht. Er denkt sich, ey, das kann doch nicht sein. Ist der Depp auch ein Felsvorsprung? Hier bin ich, Yeti. Also hier unten ist er nicht. Hier oben ist er nicht. Komm, wir laufen weiter. Es gibt leider Falling Damage. Leider, leider. Es geht nicht anders. Ich hör ihn. Ja, das ist er. Er ist 100 pro hier. Ich hör ihn laufen. Kann man Feuerwerk machen, so zum Abschied? Nein. Na, komm. Nein. Bin zu doof, ein Feuerwerk zu machen. So. Ich bin gespannt, ob er auf diesen Felsvorsprung ist. Da ist er. Da ist er. Aber er kommt nicht zu mir. Er ist doch hier. Ich höre ihn doch. Da. Er findet mich nicht. Hier bin ich, Junge. Hier. Wo bist du? Komm her. Ich bin nur bewaffnet mit einer Angst. Komm schon. Das ist geil. Der findet mich nicht. Das ist eigentlich, äh, funny. In a weird kind of way. Er kommt nicht. Komm, dann gehen wir runter und lassen uns von ihnen auffressen. Also, erstmal kriege ich eine Falling Damage. Das ist natürlich kacke. Ah, ich höre ihn. Da ist er. Da ist er. Oh, warte. Leute. Warte. Der ist unten, nicht oben. Er sucht mich. Der kleine Pisser. Komm. 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 Da, dass ich kein Stück Fleisch darunter werfen kann. Ist geil, oder? Von hier oben müsste er nur zu sehen sein. Ich schieße mal irgendwo hin. Vielleicht kommt er jetzt. Habe ich noch irgendwas, was ich runterschmeißen kann? Eine Signalpistole. Nein. Nachtsichtkamera ist leer. Signalpistole. Nichts. Eine Falle. Ja, ich könnte eine Falle darunter schmeißen. Nee, kann ich nicht. Äh, die ist leider rot. Ja, nee. Komm schon. Er kommt nicht. Also, wenn ich da runterspringe, bin ich gleich tot. Das weiß ich. Entweder durch den Falling Damage. Oder durch den Yeti. Egal. Ach, scheiße. Einen Lebenspunkt habe ich noch. Super. Dump as fuck. Ist er hier nah? Was? Dut, dut, dut. Der ist am See. Medpack wäre jetzt nicht schlecht. Och Gott, Munition, von der ich 100.000 schon habe. Das kann doch nicht sein, ey. Ich habe genau einen Lebenspunkt, bevor ich sterbe. Nice. Don't feed the troll. Ich will nichts sagen, aber ich bin wirklich gleich tot. Ich habe nur noch 11 Lebenspunkte. Und ab einem Lebenspunkt bist du erledigt. Also, wenn ich nur einen abgezogen kriege. Also, mit 10 Lebenspunkten liegst du nur noch rum. Nur mal so zur Info. Ich, dass ihr denkt, oh, du hast doch noch, da geht doch noch was. Also, die Autopatrie ist alles, was ich noch habe. Aha. Na? Alright. Das ist 4.42 Uhr, du Kack-Uhr. Ich und ich filmen die Attacke auf mich. Falls etwas passiert, schreie ich laut auf Aha. Nein, ich mache den Fernseher nicht an. Obwohl, ich könnte den Fernseher anmachen. Wir haben nur noch eine Stunde. Na, sowas. Guck mal, was hier auf... Das ist eine weibliche... Was? Bigfoot ist weiblich? Ich habe Brüste gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Guck mal hier, das sind noch Brüste, oder? Oder das sind Man-Boobs? Schaut euch das nochmal an. Achtung, der dreht sich gleich nach rechts. Definitiv Man-Boobs. Bigfoot ist ein Mädel. Da kommt er. Da kommt er. Er kommt. Ich habe ihn gehört. Come on. Come on. Da ist er. Da kommt er. Achtung. Nein. Komm her. Komm her. Wo ist er? Er hat extra die Tür aufgemacht. Das gibt es doch gar nicht. Komm jetzt. Das kann doch nicht sein. Vielleicht hätte ich... Jetzt habe ich Fleisch reingelegt. Aber ich glaube, es ist... Oh. Es ist... Leute. Ja, dann komm doch, du Schmock. Es ist wieder Tag, der ist abgehauen. Jetzt lock ich ihn an mit meinem schlechten Spiel. Nee, es ist zu hell. Er kommt nicht mehr. Nee. Ist da was im Schrank? Ja, ja, ja. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich bitte dich. Noch eine Axt. Och, komm, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich habe fünf, sechs, sieben verschiedene... ...saves, und die ich nicht aufkriege, weil ich... Da steht hier eine Zahl drauf. Arthur Thomas Komoropro explains zwei inkompetenten Men bekommen Leaders. Das stimmt. Oh, ich wäre fast wieder in die Falle rein. Nein. Seht ihr hier gar eine Zahl? Ist hier 15, sechs, drei, sechs. Ist das eine Zahl? Oh. Habe ich vergessen, auch zu mir. Hier steht keine Zahl drauf. Ich finde überhaupt keine Zahlen, um diese dummen Safes auf... Safes. Safes? Sa... Sa... Steht hier eine Zahl drauf? Nein. Nichts. Steht hier auf der Dose eine Zahl drauf? You're just... Just what? Just married? Och. Ist frustrierend, ne? Ich finde so viele Safes. Ich speichere mal. Mit elf Lebenspunkten. Das sieht nicht gut aus vor einem Kaya. Aber eine Klima hat das Haus. Ich wollte mal ganz kurz was ausprobieren. Ähm... Warte mal. Ne. Ne, du kannst gar nichts tun. Da ist noch nicht mehr was. Ich habe kein Medpack. Ich habe kein Essen. Ich habe nichts. Och. Ne, die Zahl... Ist nirgendwo zu sehen, die Zahl. Unfassbar. Wie viele Safes ich nicht aufbekommen habe. So. Jetzt aufpassen. Falle und so ein Shit. Was haben... Shut up. Also. Wir haben... Sieben von drei Bigfoot Footprints. Wir haben fünf von drei Scratches on Trees. Wir haben einen Dead Tourist. Was? Ich habe doch das Foto von Bigfoot... Ach ne, wir haben gespeichert, ne? Äh, geladen. Ach so. Äh... Ähm... Dann machen wir hier das Nächste. Wir gehen die Straße runter und hoffen, dass keine Falle da ist. Mal wieder. Also man sieht sie zumindest nicht. Falle. Bitte keine Falle. Das wäre asozial. Ich habe doch nur noch elf Lebenspunkte. Ich höre einen Bär. Ich höre einen Bär oder irgendeinen Kacktisch. Oh, fuck off. Scheiß Wolf. Boah, komm schnell weg hier. Vielleicht vergisst er mich. Keine Falle, keine Falle, keine Falle. Okay, der ist an mir vorbeigerannt. Der versucht immer noch, um den Zaun herumzukommen, oder? Bitte gib mir keine Falle. Da hinten ist ein Wolf. Renn! Okay. Einfach Speedrun hier weg. So. Cascade Falls. Was bringt mir das? Hat Cascade Falls vielleicht ein Wettpack für mich? Ansonsten. Ich will mal gucken, ob da Wölfen erfolgt. Super. Scheiß auf Cascade Falls. Ich gehe mal schnell, ich gehe mal weit weg von den Bäumen. Da hinten ist ein Bär, das ist nicht gut. Und hinter mir ist Hirsch, Elch, Kuh, Sumping. Wir kreisen schon. Noch ein. Ich habe so Angst, ich habe so Angst, unter den Bäumen durchzulaufen. Wirklich. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Was ist das? Was ist das da hinten? Egal, es rennt von mir weg. Keine, bitte, keine Falle. Bitte, bitte. Ich sehe zumindest keine. So, Leute. Dieser Weg muss irgendwo hinführen. Boah, ist hier aber echt viel los, du. Ich sehe keine Fallen. Ich sehe keine Fallen. Das ist gut. Ich sehe keine Fallen. Nur noch ein Lebenspunkt entfernt von Certain Death. Es wird dunkel. Und ich habe eine fucking Hütte. In ein Zelt. Super. Und ich habe keinen Madpack. Das gibt es doch nicht. Dieses Spiel will mich fertig machen. Es will mich nicht. Es hat was gegen Ausländer. Das ist... Es ist einfach... Es hat was gegen Ausländer. Bitte, keine Falle. Bitte, keine Falle. Nichts, was ich looten kann, ne? Das ist die einzige logische Erklärung. Och, Leute. Dieser Weg. Kannst du Fleisch kochen für Health? Nee. Ich kann gar nichts drauflegen. Es gibt wirklich nur die Madpacks. Also Fotos habe ich genug von diesen Scheiß. Das ist fucking hier. Anscheinend kommt der Yeti auch hier hin. Super. Es ist Nightfall. And we are fucked officially. We are absolutely fucked. Weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich hingehen soll noch. Wir haben die Map so ziemlich... Wir haben so ziemlich alles entdeckt, oder? Wir sind einmal komplett um die Map herumgelaufen. Und das Spiel gibt mir keine Ressourcen mehr. Also außer sterben. Also ich muss, glaube ich, einen neuen Run machen, habe ich das Gefühl. Was richtig assi ist, weil ich habe den zumindest auf 537 Punkte runtergefurzt. Ich kriege kein Madpack. Ich kriege nichts. Ich kriege... ...'n Arschtritt für diesen Spiel. Und die nächste Falle wird wahrscheinlich mein Ende sein. Die sind bestimmt in die Tresoren. Ja, in die Tresore kommen die auch nicht rein. Brauchst die Code für die Medikamente. Nightfall in the fucking open. Ja, aber ich habe... Leute, ich habe einfach keine Chance. Ich weiß auch nicht, wo ich hinlaufen soll zum Looten. Ich habe ziemlich viel weggelootet hier. Ich gehe jetzt mal Cross Country darüber. Mal gucken. Ob das irgendwas bringt. Weil ich sehe da einen Totenkopf. Ich weiß nicht, ob ich ein früheres... ...ein früheres Ego von mir looten kann. Ich weiß es nicht. Wenn mich eine Falle nicht jetzt gleich erwischt. Ich glaube, ich habe Bigfoot angelockt. Das war nicht gut, Kaya. Aber was soll ich machen? Das war Notwehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe Bigfoot angelockt, ich Idiot. Aber habt ihr es gesehen? One-Shot-Wonder. Wallah, Krise. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe nicht angelockt. Ich bin fucked. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ach, Leute. Ich hoffe, dass der Bigfoot sich irgendwas anderes schnappt, außer mich. Das ist so die beschissenste... Ich kann mich ja im Zelt verstecken. Vielleicht kann er keine... Vielleicht kann er keine Zelte aufmachen. Ich komme da nicht mal rein. Fuck. I'm fucked. I'm fucked. I'm just fucked. That's it. Just be a little bit fouquet. Der kommt mit Sicherheit gleich. Also meiner Meinung nach, ich habe den Wolf abgeschossen. Der liegt jetzt da tot rum. Also ihn hat mit Sicherheit den Schuss... Der Schuss hat ihn angelockt. Plus das Fleisch, oder? Vielleicht kann ich ihn mit dem Wasserfall verstecken. Er liegt da noch. Nee, das ist ein Stein. Wahrscheinlich hat er ihn schon gesmackt. Bitte keine Falle, bitte keine Falle, bitte keine Falle. Ich gehe mal zum Totenkopf. Was immer das ist. Hm. Nein. Doch, doch. Hier, der alte Jump-Trick. Funktioniert in jedem... Okay, Leute, ich bin tot. Was hat er denn da in der Hand? Was hat der Könner denn da in der Hand? Jetzt hat er noch was in der Hand? Fuckin' geil. Die Firegun hätte mir vielleicht drei Sekunden geschenkt. Ich meine, in the Open habe ich überhaupt keine Chance gegen den Yeti. Ich weiß jetzt, was der Totenkopf war. Der Totenkopf war die Stelle, wo ich sterben werde. Ich habe das Gefühl, ich muss ein neues Spiel anfangen. Weil ich weiß wirklich nicht, wie ich an die Codes rankomme. Und ich weiß auch nicht, wie ich an die Tresore rankomme. Ich weiß auch nicht, wo ich noch looten soll. Ich habe ja alles gelootet, was es gibt, oder? Ich glaube, dass dieser Durchgang Fakt ist, um ehrlich zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Er war auf dem Weg zur Gamescom. Ja, er hat auch ein Ticket in der Hand gehabt, mit dem er mich gerade erschlagen hat. Wo bin ich? Wo habe ich das letzte Mal gesagt? Ach, hier an der Scheiß-Ecke. Ach, nee. Ich glaube nicht mehr an irgendwas. Aber geil war der One-Shot von dem doofen Wolf, oder? Oh, shit, shit. Jetzt keine Falle, bitte keine Falle. Da! Da ist eine Falle! Das ist eine Falle. Nee, das ist keine Falle, geil. Oh, ich wollte gerade hier den Pro-Gamer geben. Das ist eine Falle! Nee, geil. Wieso ist da ein Totenkopf? Weil ich da gestorben bin. Ah, jetzt weiß ich. Das war ein toter Tourist. Das war ein toter Tourist. Also, ich könnte versuchen, da oben die Nacht zu überleben. Das könnte ich versuchen. Aber jetzt haben wir schon wieder ein Nightfall. Das war der Tourist. Es gibt noch zwei tote Touristen, die ich nicht gefunden habe. Wir könnten ja zumindest mal... Bitte keine Falle, bitte keine Falle, bitte, 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 bitte. Hier ist meine Kamera. Hier könnte man versuchen zu überleben. Alright, I try. Die Tür ist noch intakt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich mach' die Tür aber trotzdem mal auf, weil ich will den ja anlocken. Also hier haben wir definitiv alles gelootet. Das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn ich... Wenn ich hier noch was finden würde. Ich weiß auch wirklich nicht, wo die Trésor-Kombinationen sind. Sondern irgendwas. Hier hab' ich schon alles durch. Es sei denn, es wird irgendwas gerespawnt. Aber das Spiel gibt mir nichts. Erstmal speichern. So ein Drecksspiel. Oh, wisst ihr was... Wisst ihr, was das Problem ist? Nein, ich muss hier durch, ne? Oh. Also ich muss direkt hier durch. Und dann krieg' ich Lebenspunkte abgezogen. Und das bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, weil ich nur noch elf Lebenspunkte hab'. Das heißt, wenn ich einmal durchs Fenster springe, bin ich tot. Super. Du scheiß Telefon. Nein! So dumm. Nein! Wieso hab' ich das gemacht? Wieso hab' ich das gemacht? Ich Idiot! Ich glaub', ich mach' die Tür wieder zu. Und hoffe, dass er nicht kommt. Ich hab' überhaupt keine Überlebenschancen. Weil ich muss hier durchs Fenster durch. Und dann sterb' ich. Nein, das bringt mir gar nichts. Ich bin total in ne blöde Falle reingetappt. Ich dachte, hier wär' noch ne andere Tür. Am Fakt. So, Leute. Paul ruft an. Hallo, Puncherl. Hey, hier, Leute. Hier war ich schon in der Hütte. Hier ist nichts mehr zu looten. Weil das Game respawned auch nicht. Es gibt mir nichts mehr in das Game. Weder ne Madpack noch irgendwas. Es bringt nichts. Das ist ne Mausefalle für mich. Ähm. Ich geh' wieder. Jetzt hab' ich auch hier gespeichert. Ich deb. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lang gehen soll. Also, wenn er kommt, kann ich mich hier nur verstecken, ne? Keine Falle? Was ist jetzt los? Wieso wurde's grad' so dunkel? Wieso wird's schon wieder dunkel? Das Game wird von Nacht zu Nacht. Was soll das denn jetzt? Hab' ich nen Schwächeanfall, oder was? Alter. Seriously? Nein. Er ist bei mir. Er ist direkt bei mir. Er ist direkt bei mir. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Vielleicht findet er mich hier nicht. Meint ihr, ich überlebe das, wenn ich hier runterspringe? No, es ist ja nur 11 Uhr abends. In die Gondel. Nein, die kann, da kann's ja nicht rein. Fuck, fuck. Aber schöne Aussicht, oder? Er ist direkt hier. Aber er findet mich nicht. Er findet mich nicht. Die Kamera hat eben grad ausgeschlagen hier. Wo ist er denn? Oder eben grad hier, oder? Wo ist er denn? Oh, der hat ja keine Batterien. Er ist nicht da. Vielleicht kann er nicht, vielleicht kann er nicht über Zäune. Vielleicht ist das ein Kryptonit. So ein Zaun. Kriegt er... Nee, er ist nicht hier. Ist ja lustig. Ja gut, dann... Nein, Leute, man kann nicht in dieses dumme Ski-Dingsbums-Ressort-Fuckin-Teil. Leider nicht. Geht nicht. Ich kann's auch nicht irgendwie betätigen oder irgendwas machen. Ich kann's auch nicht auslösen. Ich kann nichts... Nein. Es gibt nur einen Weg. Hier ist der Tote. Den hab ich schon fotografiert. Hier, so ein Ding hat er genommen. Und damit hat er mich gerade erschlagen. Der Drecksack. Ich kann nur diesen dummen Weg wieder runterlaufen. Und hoffen, dass er mir nicht entgegenkommt. Oder dass ich von der Falle erwischt werd. So, ich muss die Taschenlampe anmachen, damit ich überhaupt sehe, wo ich hinlaufe. Uäh, Falling Damage. Krass, ich hab elf Lebenspunkte. Bei zehn bin ich tot. Ich glaub, der Run ist Fakt, Leute. Ich krieg die Lebenspunkte nicht mehr hoch. Ich krieg keine Ressourcen mehr. Ich wüsste wirklich nicht, wie wir das noch drehen können. Ist er da hinten? Nee. Ähm, ein bisschen hat mich jetzt... ...die Hoffnung verlassen. Ich mein, wir könnten noch zwei Tote finden und ein Foto von ihm machen. Und dann hätten wir zumindest die erste Quest gelöst. Aber das Foto wird auch mein letztes sein. Also da bringt mir auch die Quest nichts mehr, oder? Jetzt hoffen, dass da keine Falle ist. Was meint ihr? Schmitte hat sich zu einer Party eingeladen. Nein, ich muss den Run alleine machen, Schmitty. Hä? Waren wir hier schon? Ich hab zumindest keinen Marker hier. Nee, wir waren hier schon. Hier ist alles empty. Ich find's so krass, dass das Spiel mir nichts mehr gibt. Dieses kleine, geizige Kackspiel. Nee, ich liebe es. Das ist echt ein großartiges Spiel. Aber ich... Ich hab so langsam... ...hab ich das Gefühl, der Run ist durch. Ich weiß nämlich wirklich nicht, wo ich noch hingehen soll. Und... ...ob mich nicht doch noch eine Falle erwischt. Da hinten ist was. Ah, da waren wir schon. Keine Falle und ich bin tot. Ich könnte mich höchstens im Haus... Oh, es wird wieder hell. Jetzt bloß nicht in eine Falle tappen. Nee, ist keine... Ist einfach nur eine Straßenlaterne. Was ist denn da hinten? Ach, da war ich überall schon. Die Drohne schon ausprobiert. Ja, was soll ich denn mit der Drohne machen? Außer, dass ich ungefähr weiß, wo er ist oder sein könnte. Ich hab hier schon alles gelootet. Es würde mich wirklich wundern, wenn ich hier noch irgendwas finden würde. Was ist das? Ja, ich brauch... Ich brauch nen Code für irgendwelche doofen Tresors. Das Spiel gibt mir nothing, ey. Nothing. Nee. Nee. Uff. Jetzt klingelt das Telefon gleich wieder. Nee, Leute. Ich hab hier schon alles gelootet. Hier, ne? Hier könnte was sein. Neben dem Hunting Tower. In die Richtung. Jetzt hoffen, dass keine Falle kommt. Ich speichere mal. Keine Falle, keine Falle, keine Falle. Bitte, 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 bitte. Nein. Nein. No trap, please. Don't trap me, please. I'm just a little guy who's running around like a fucking idiot. Don't... Ah, es ist... Nein, das ist keine Trap. Ich will unbedingt eine finden. Nein, geh weg, bitte. Lass mich in Ruhe. Außer keine Freunde. Hier waren wir schon. Mann. Komisch, dass dieser Platz keinen Marker hat, ne? Dann müsste ich jetzt nicht nochmal hierher laufen. Und dieselbe Pleite nochmal erleben. Mich schnappt sowieso gleich eine Falle. 100 pro. Ich laufe jetzt einfach querfeldein, wo ich noch nie war. Mal gucken, ob es irgendwas gibt. Ey, ich laufe nicht so viele Bäume durch. Einfach mal gucken, ob es querfeldein irgendwas gibt. Nein. Du hast alles auf der Map gefunden. Ey, das Gefühl habe ich auch. Und ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten. Äh, gleich schnappt mich eine Falle. Ich habe gehofft, dass es hier noch irgendwas gibt. Nein. Nein. Also Leute, ohne Madpack, ohne irgendwas an Ressourcen mit elf Lebenspunkten. I don't see myself killing him. It's very frustrating. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg war. And now here I am. Completely fucked with a lot of falling damage in front of me. What is an Indian doing in the winter? He's fucking dying. Ich habe gehofft, dass es noch irgend so ein Easter Egg gibt oder irgend so eine Railgun oder so. Aber ich glaube, ich habe die Map durch, ne? Was habe ich, was ich euch gewollt. Und ich glaube, ich habe auch gearbeitet. Ich glaube, es ist noch en Tages случае, ich hoffe, ich habe einen impres relaxingen. Es geht zur déck shock. Aber ich gebe, dass es ich gegen diese Leiben super hier geht es nicht runter vollkommen falsch gelaufen ist doch scheiße haben wir nicht und das leiden ohne damit warum kann man hier nicht eine leiter bauen so wie in allen anderen spielen der stranding der stranding gab es andere spieler die aber eine leiter da gebaut haben aber das spielt jetzt ok links rechts am ende des parks war schon oder war ich schon hier am ende des parks ja oder hier ist wieder dieses komische motoren geräusch ich glaube ich war hier schon wenn mich nicht eine falle erwischt gleich neustart ja hier waren wir noch nicht tatsächlich park enter mal gucken kein fucking madpack das gibt es doch nicht nein treibstoff kann ist da super vielen vielen dank thanks for nothing ich habe das gefühl hier habe ich irgendwas verpasst so zwei sackgassen die dahin führen das müsste doch da müsste es doch irgendwas geben oder aber ich habe es nicht gefunden ich meine ich wir können das noch mal machen wir werden sowieso sterben da können wir gucken da können wir noch mal schauen was die map noch so zu bieten hat ich würde mit sicherheit gleich eine falle schnappen dann das ende gelände aber bis dahin können wir mal gucken was abgeht oder das ist mal rechts oder hier hier sehe ich noch was hier könnte noch was sein doch scheiße das ist doch oben ich wünsche es wäre eine topografische karte damit man das auch sehen kann ich habe das gefühl die fallen lassen mich gerade in ruhe weil ich nur noch elf lebenspunkte habe okay hier haben wir nichts gelootet das spiel gibt mir nichts mehr das will dass ich sterbe nothing ist das hier 2150 kann das jemand aufschreiben scheiße 2150 von ihrem doofen safe hey 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 ich will ich speicher ich will überleben ich will überleben ich habe wieder hoffnung 2150 bitte auf 6367 leute schreiben 215 ok leute wir müssen zu ihnen scheiß safe ich will überleben ich will nicht sterben ok wir gehen zu dem nächsten haus wir gehen zum nächsten haus bitte 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 keine falle ich habe wieder lebensmut geschöpft wo muss ich lang muss ich da lang nachfallen ausschau halten leute ich will wieder leben ich will nicht neu starten ich habe die safe kombination bitte das wäre natürlich sehr geil wenn es das nächste haus wäre einfach oh bitte 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 keine falle you fucking das gibt es doch gar nicht oh nein es wird nightfall nein 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 ich will ein safe aufmachen bevor ich verrecke so die stelle kennen wir fuck off es wird dunkel das haus ist hier oder oh shit 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 ich will mir keine falle ich habe mir ein tresor noch okay keine oh fuck hier ist eine kamera wenn es Nein! Nein! Und jetzt noch der Yeti und Top. Ist das asozial! You fucking game! Ich will jetzt diesen einen Tresor öffnen noch mit diesem Run. Ja, ich hoffe, ich schmecke. Fucking geil. Aber wie schnell der Bigfoot wieder... Aber jeder Run... Ich weiß nicht, was bei Level 2 passiert. Vielleicht kriege ich dann... Fucking Mad Pack kriege ich. Okay. Wir probieren es nochmal, oder? 5120. Darth Gonzo. Vielen Dank für deinen... 2350. Jetzt verwirrt er mich. 2350 war es, oder? Komm, 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 komm. Scheiß Falle, ey. Let's go. Aber man sieht die wirklich nicht. Es ist total random jetzt. Es ist mega random, was jetzt passiert, ob jetzt eine Falle kommt oder nicht. Egal. Komm, wir versuchen es. Es kam sehr lange keine Falle. Es kam sehr lange keine Falle. Oder es hat nicht... Oder es hat nicht... Den Tresor mit diesem fucking Code. Okay. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich seh keine Fallen. Ich seh nichts. Es ist total random, wenn jetzt eine kommt. Und... Also man... Sieht die einfach nicht. Wurde ich hier erwischt? Hier steht noch nicht mal ein fucking Baum. Eine Falle ohne Baum. Okay. Gleich haben wir Glück. Nein. Natürlich. Doch! Doch, 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 doch! I've got hope. Ähm... What? What? Fucking Dynamite? I come all this way for fucking Dynamite? Ich wollte ein Madpack haben, du! Oh, ist das ent... Okay. Dann müssen wir ihn halt mit... mit Dynamit um die Ecke bringen. Okay. Weiß ich nicht, ob das mein Last Stand ist. Ähm... Alles auf einmal, oder? Wo ist Dynamit? Materne, wo ist es? Was mache ich damit? Ich kann mal ganz kurz speichern, bevor ich wieder Blödsinn mache. Wo kann ich denn das Dynamit... und wie kann ich das zünden? Ich liebe es, wenn es... wenn es spielt ja nichts... Nichts! Ich kann... Ich kann drauf schießen, schätze ich mal, oder? Alright. Dann schießen wir drauf. Whatever. Ich dachte, da war ein Zünder dabei, aber vielleicht... Täusche ich mich. Oh! Was haben wir auch noch? Äh... Jetzt nicht in die Falle rein. Äh... Ach, Mann. Also, ich mache mal folgendes. Und ich muss... Also, eigentlich sterbe ich, weil ich sowieso durchs Fenster muss. Was soll's. Vielleicht kommt er auch nicht. Aber es wäre ein geiler Last Stand hier, oder? Also, wenn er kommt... Dynamit zuerst, dann zerstöre ich wahrscheinlich meine Falle, ich Idiot. Ich glaube, die Reihenfolge ist Bullshit, was ich hier mache. Das Dynamit wird mich mit Sicherheit auch zerstören. Aber was soll's. Ich bin sowieso tot. So. I don't know. Let's... Let's see. Komm, wir ködern ihn. Womit können wir ihn noch ködern? Ähm... Mit... Mit Musik. Wo ist hier Musik? Ach, hier, hier. Come on. Let's go. I got things to do. Wo ist meine Falle? Hier. Ach, wir haben doch eine Drohne, oder? Mit Drohnenbatterie und allem. Jetzt bloß nicht in die scheiß Falle rein. Komm, wir probieren sie einmal aus. Wo ist sie? Da. Ich will nicht in die Falle... Ich nehme die Falle weg. So. Ähm... Scheiße, die Falle dahinter ist zugeschnappt. Okay, ist natürlich doof, wenn er jetzt kommen würde, ne? Warte. Wir probieren einmal die Drohne aus, bevor wir sterben. So. So. Ähm... Achso, ich muss hier erst... Oh, ich hab schon wieder vergessen. Kompliziertes Spiel. Aufzuladen mit E. Ich hoffe, ich hab ihn aufgeladen. Ja! Jetzt die Drohne funktioniert. Ups! Ups! Halt, stopp! Nicht zu schnell! Halt! Bibi, steig... Ah. Okay. Okay! Jetzt kann ich meinen eigenen Tod filmen. Das ist doch nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall sehr viele Klicks auf YouTube, wenn ich... Verrecke. So. Was machen wir denn jetzt hier? Schönes. Ist das Ding denn ein Intrarot-Sensor oder so? Oh, nice! Mit der Drohne könnte man natürlich noch irgendwelche komischen Spots noch kriegen, oder? Bevor ich verrecke. Ich muss natürlich schauen, dass die nicht zu weit wegfliegt. Sonst verliere ich die Verbindung und die Drohne. Ich weiß nicht, doch, jetzt bin ich noch drei... Äh, ja, ich seh's. Drei... Drei Striche entfernt. Aber die hat eine ziemliche Reichweite. Wow! Ich glaub, das hab ich alles schon entdeckt, oder? So, äh, jetzt muss ich wieder zurück. Die Frage ist, wo ist zurück? Ich hab vergessen, wo ich herkomm. Da hinten, oder? Bin ich das? Äh... Ne, da. Oder? Scheiße, ich hab vergessen, wo ich her bin. Hier? Oh, nur noch zwei Striche. Ich verliere meine Drohne. Ich hab meine Drohne verloren. Ich hoffe, sie kommt wieder. Scheiße, sie ist... Ich seh nichts mehr. Wo bin ich? Wieso ist sie weg? Ah! Ich bin in den Felsen geflogen. Ich bin da reingeklippt. Okay. Hier. Da bin ich, oder? Bin ich das? Ich weiß. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Schau auf der Map. Ah, ihr habt vollkommen recht. Auf der Map. Ihr habt vollkommen recht. Auf der fucking Map. Also das Geile ist, dass Bigfoot nicht kommt. Anscheinend. Da bin ich. Wie geh ich denn runter? Ich weiß nur, wie man... Ich weiß nur, wie man hoch geht, steigt. So, hier komm ich runter. Hier geh ich in die Hocke. Nichts. Ich weiß wirklich nicht, wie man runterkommt. Ähm... Shift, sagt ihr? Ah, dankeschön. So! Das war doch gut. Wo ist die scheiß Drohne? Oh, da ist eine Falle. Da hinten. Das war doch erfolgreich. Ah, wir haben schon mal einen Drohnen-Test gemacht. Okay. Komm jetzt. Ich will sterben. 3 Uhr morgens. What else to do? Der kommt nicht. Der kommt einfach nicht, der Schmuck. Jedes Mal, wenn ich mir hier so einen Affen mache, dem wahrsten Sinne das Wort, das kommt ja nicht. Wie kann ich denn den Treibstoffkanister nicht ablegen? So. Kommt nicht. Das gibt's doch nicht. Aber ich glaub der Run ist hinüber, Leute. Das bringt einfach nichts. Ich hab nicht genug Lebenspunkte, keine Madpacks, kein gar nichts. Ich geb auf. Der nächste Tod ist der letzte. Ich werd nicht nochmal laden. Wahrscheinlich ne Falle gleich. The next death is the letzte. As you say. Okay. Ich hab das Gefühl, hier ist noch etwas. Da sind so zwei Sackgassen, die zusammenkommen und ich finde nichts. Was hier? Das stört mich hier ein bisschen. Hier müsste doch irgendwas sein. Hm. Was machst du? Ich jage Bigfoot. Okay. Was machst du? Mich stört, dass hier das... Mich stört, dass das hier nichts gibt. Das nervt mich. Hier waren wir schon. Hier waren wir mit Sicherheit schon. Und maybe hinter dem Wasserfall? Meint ihr? Wo war der Wasserfall? Ich hab's vergessen. Hier links hoch? Oder hier runter? Airport Falls. Meint ihr da? Links hoch. Mal gucken. Hier. Hab ich schon mal was vermutet. Da drin. Das hab ich doch schon abgesucht, Leute. Das hab ich schon abgesucht. Nee, hier ist nichts. Nee. Oh. Oh. Nein. Habt ihr das absichtlich gemacht? Nein. Ach komm. Ich... Was für ein scheiß Ende schon wieder. Ich komm hier nicht raus. Wusstet ihr, dass man hier stecken bleibt? Hier Säcke. Alter. Du wolltest doch sterben. Ja, aber nicht so. Ich wollte glorreich. Ach komm. Nein. Nein. Ich komm... Ich drücke... Ich drücke weg. Ich jump like a mother. Ich komm hier nicht weg. Haha, hier Säcke. Wusstet ihr das? Ach man. Super. Ich ersauge noch nicht mal. Was für ein fucking Tod. Okay, dann probieren wir mal Dynamit aus, oder? What a way to go! Fuck you, Bigfoot! Oh Gott. Und noch Slow Death. Super. Was habt ihr nun davon? Ja, guck doch mal. Guck doch mal. Ist ja der Weiterfall da ja. Ist ja der Weiterfall. Tode bisher 9 plus 1. Ich bin 10 mal verreckt in dem Spiel. Ich hab gesagt, das ist der letzte Tod. Und ich stehe dazu. Ich. Ich will jetzt wenigstens den Endscreen noch haben. Ich bin 10 mal gestorben in diesem Run. Und ich hab's nicht geschafft. Ich hab keine erste. Das Spiel ist ziemlich schwer, finde ich. Ich mach nochmal einen Run, oder? Lass deinen Sohn weiter zucken. Er zu durch. Ich find das Spiel schwer. Ich weiß nicht, wieviel Stunden ist das jetzt bestimmt. 5, 6, 7, 8, 9. Aber was richtig fies ist, dass du keine Ressourcen mehr hast am Ende. Du musst wirklich mit dem Haus halten, was du hast. Du musst richtiges, blödes Ressourcen-Management machen. Ich bin aber auf eine sehr kreative Art und Weise gestorben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, äh, in einem Plumpsklo bin ich gestorben. Unter einem Wasserfall bin ich gestorben. Äh, ich bin, ein Wolf hat mir einen Arsch gebissen. Nein, komm! Lass mich doch auf Level 2, du!